Oh, hey, Piwi, jetzt sind da 35 Lichtjahre durch die Gegend geflogen und du hast mir versprochen, da gibt's Spezi. Ich weiß, ich weiß, mein Kontakt auf Sternenbasis 14 hat gesagt, von wegen, die haben noch was. Ja, das hat er auf der 11, auf der 12 und auf der 13 auch schon gesagt. Aller guten Dinge sind 5 oder so. Ja, und Mexomix ist kein gültiger Ersatz, ja. Das gibt's noch? Das ist schon längst verboten. Ja, anscheinend ja auch nicht. Ja, gut, dass es Spezi gibt. Boah, was ein Scheiß. Ja, eben ja auch nicht. Ja, toll. Und was machen wir jetzt? Der Replikator ist immer noch kaputt. Christian hat's nicht geschafft, mit seinen kleinen Händen da reinzugehen. Ja, schau dir doch das Teil an. Hast du aber eigentlich gut kaputt gemacht hier. Hallo? Frag Christian mal, der hat mit seinem Phaser da reingebraten. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welpen. Welpen aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Max, grüß dich. Hi, Piwi. Hi. Es ist Samstag, 28.03. Wir beide quatschen über die Staffelende von Star Trek PK. Mhm. Ja. Oh. Ich war sehr emotional. Ich war sehr emotional. Aber nicht an der bestimmten Stelle, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, sondern an einer anderen. Hm. Okay, okay. Gucken wir mal. Da bin ich mal gespannt. Ja, ja. Ich glaube, du denkst dir von wegen so, ja, bestimmt bei der Szene. Nee. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob das sich ausgeht mit der Szene und dann doch nicht der Szene. Ja. Ich hab heute schon diverse Twitter-Accounts durchgeguckt, von wegen, also die Meinungen sind echt gespalten, ne? Auf der einen Seite freuen sich die Fans, wenn's mal wieder was über Star Trek gibt. Dann ist wieder Star Trek da. Dann wird auf Star Trek rumgehauen, wie man denn die Charaktere nicht richtig ausarbeiten kann. Die Story ist für den Arsch. Und sie fängt auch so gut an und hört dann so scheiße auf. Und, ähm, ich hab gedacht, liebe Leute, seid froh, es gibt doch Star Trek. Ähm, und ganz ehrlich, ich fühlte mich, äh, äh, bisher sehr, sehr gut unterhalten. Dann kurz einen Bogenschlagen, Piwi. Äh, das war ja bei Star Wars nicht anders. Und du hast da auch schon gesagt, seid froh. Nein, eben nicht. Wir sind, verstehst du, man ist nicht einfach nur froh, nur weil man was Halbdiga-Arthus vorgesetzt bekommt. Man möchte schon wieder hier, äh, einen Zwiebelrost braten, Rare und, ähm, mit, äh, mit Spätzle haben. Und Biersauce? Sowieso. Mhm. Also, verstehst du? Ja. Also, wir wollen nicht einfach nur hier sowas wieder von, ne? So ein Fettigericht. Sondern wir wollen Qualität. Ja. Genau, wir wollen Qualität. Obwohl, ähm, können wir nachher mit dem Fazit mal drüber gehen, ob das nicht wirklich Qualität gewesen ist, was uns dort präsentiert wurde. Oder ob das wirklich nur ein... Ja, nee, wie gesagt, da kommen wir ja auf jeden Fall später drauf, äh, denke ich, also, da kommen wir ja nicht drum rum. Nein, nein, nein. Also, über das Fazit, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Okay, würde ich sagen, starten wir doch. Und, ähm, wir sehen den Rückblick, was in der letzten Folge passiert ist. Müssen wir darauf eingehen? Nein, eigentlich nicht, ne? Nein, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, äh, ja, ich war ja noch nicht so happy mit der letzten Folge. Ja. Nicht so ganz, irgendwie, ähm, ja. Jetzt schmeiß ich irgendwas durch die Gegend. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ähm, ist gut. Ja, wir sehen unseren kleinen Narek, wie er, ähm, über eine Landzunge läuft und, äh, der Borkubus schön mit im Meer hängt. Das finde ich eine Megaszene. Die ist richtig, richtig geil. Ja, also, also, bildgewaltig ist sie. Ja. Ja, aber es ist wie vom letzten Mal, wie, ne, Borkubus-Planet. Ne? Akzeptier doch einfach mal, dass er da einfach steht. Ja. Okay. Einfach, weißt du, das, äh, ah, das muss ich mir das Fazit aufheben. Nein, nein, dazu sag ich jetzt nichts mehr. Äh, Narek schleicht sich in den Borkubus rein. So, und jetzt ist für mich, äh, der Erste, wo ich sage, äh, wieso stehen da keine Wachen? Wie kommt, genau, wie kommt der da drauf? Wie, wie, wieso guckt niemand auf, ne? What? Weil die haben doch genau gesehen, von wegen so, dass Narek auch von den Orchideen im Weltraum abgeholt wurde und mit auf den Planeten gebracht wurde. Aber wieso steht da kein XP? Ja, genau. Und nicht mal, muss ja nicht mal Narek sein. Die sind auf einem fremden Planeten. Ja. Sie haben keine Ahnung, auf was für einem Planeten sie sind, ob es da irgendwas Böses gibt, ob es da irgendwie fleischfressende Viecher gibt, ob, was, was auch immer, ne? Mhm. Ja. Ja, Narek schleicht sich drauf. Ja. Und meiner Meinung nach kommt da gleich der nächste Faulkspass von der Folge. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wir haben ja gesehen, in der vorherigen Folge, wie Narissa runtergebeamt wird, ne? Äh, ja. Ja, und jetzt ist sie wieder auf dem Borkubus, weil sie sich anscheinend irgendwo auf dem Borkubus versteckt hatte. Ja, sie ist zumindest innerhalb des Borkubus anscheinend gebeamt worden. Gebeamt worden, ja. Aber das ist halt auch schon wieder so, hat, ähm, ähm, Seven of Nine nicht gesagt, sie hat alles gesehen. Wenn sie doch sogar selbst die Romulanische Flotte und alles sieht, wieso sieht sie nicht, dass Narissa noch auf ihrem verschissenen Borkubus ist? Ja, das ist die Frage, was sie jetzt wirklich gesehen hat. Hat sie das wirklich jetzt alles so gesehen, was wir jetzt im Prinzip schon wissen? Oder hat sie, ähm, die ... Aber das hat sie ja gesagt. Ich habe alles gesehen. Ich habe das gesehen, da, 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 da. Und dann frage ich mich, wenn sie das alles außerhalb vom Borkubus sieht, warum sieht sie nicht mal, was auf ihrem eigenen verschissenen Borkubus passiert? Ähm, du meinst diesen Beam-Vorgang quasi? Mhm. Ja. Mhm. Ich meine, die, ne? Okay, das Ding ist ja auch so verwinkelt, dass sie sich ja auf jeden Fall verstecken können. Ähm, ja, aber du musst dir mal überlegen, selbst die verdammten Romulaner konnten jedwegige Bewegung auf diesem Borkubus tracken. Ja. Was ich jetzt nach der ganzen Szene mit, mit Annika so sehe, ist, dass, ähm, als Annika gesagt hat, von wegen sie hat alles gesehen, ich denke mal, das ist dann wirklich damit gemeint, dass dann diese 280 romulanischen Warbirds da hinterher geflogen kommen auf der Borg-Achterbahn. Also ich denke mal, das wird sie gesehen. Die sind ja sogar, ähm, die sind, die fliegen ja durch den normalen Warp. Fliegen die normalen Warp, ja gut, dann hat sie das mit Sicherheit auch gesehen. Also das ist das, was ich wahrscheinlich, ähm, dann auch damit dann verstehen möchte, dass sie alles gesehen hat. Also ich denke mal, das wird das mit Sicherheit sein. Ähm, Narek schleicht sich vorbei und wir sehen Annika mit, äh, Elnore da sitzen. Und Elnore sagt dann ja zu Annika, ich würde dich vermissen, wenn du weg wärst. Ähm, und im Hintergrund diese schwebenden Drohnen, die dann so ein bisschen hier reparieren, ein bisschen da reparieren. Ähm, das fand ich ganz, ganz, ganz schick. Ja. Hätte ich gerne mehr davon gesehen. Ja, nee, schön war's gemacht. Ich fand auch den Dialog zwischen ihr und, äh, Elnore ganz süß. Ja. Ähm, wo dann, äh, Elnore meinte, dass er sie vermissen würde, wenn sie sich selbst killen würde. Ja, genau. Das fand ich ganz niedlich. Ähm, das war ganz lieb. Mhm. Ähm. Narek schleicht sich dann ja weiter innerhalb des Bohrkubus rum und hat plötzlich eine Klinge am Hals. Ja. Äh, und das ist wie gesagt, äh, seine bescheuerte Schwester Narissa. Hehe, ja. Ah, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall unterhalten die sich so ein bisschen und, ähm, ja. Ihre erste Frage ist ja von wegen so, hast du einen gefickt, äh, und, äh, von denen? Und er sagt, äh, ja, einen. Und hast du einen getötet? Ja, auch einen. Also, nee, nein. Er hat nicht gesagt von wegen, er hat noch keinen gefickt, aber er hat, äh, ähm, einen getötet. So rum war's. Ja, und noch mit, äh, mit noch niemandem geschlafen. Ja, richtig. Also, das fand ich interessiert. Was ich halt ein bisschen schade da, also, war ganz cool, dass sie mal wieder Narek ein bisschen ausgebaut haben von seinem Charakter. Mit so der Washout und der, äh, das schwarze Schafter-Familie und blablub, blablibli. Mhm. Cool. Meiner Meinung nach, aber viel zu spät. Warum lernen wir erst über sein, dass er das schwarze Schafter-Familie ist und ein Washout ist und alles, in der letzten Episode? Und innerhalb eines so kurzen Dialoges. Ja, genau. Einfach so, oh, ich bin das schwarze Schafter-Familie und tschüss. Ja. Äh, okay. Äh. Das wirft dir ein komplett anderes Licht auf alles, was bisher mit dir und deiner Schwester passiert ist. Okay, äh. Erklärt. Haha, okay. Aber erklärt auch einiges von wegen, warum Narissa ihn eigentlich so behandelt wie, wie ein Stück Scheiße. Ja, genau. Das meine ich ja eben. Also, ja. Er hätte mir gewünscht, dass es früher vorgekommen wäre. Ja, ich hätte mir zu Narek auch noch so ein bisschen mehr gewünscht, aber da kommen wir gleich in der nächsten Szene mit, äh, im Prinzip drauf. Er packt sich auf jeden Fall so ein paar, äh, Granaten ein. Und, ähm, will ja alleine dann quasi loslaufen, um das Dorf der Androiden quasi, ähm, zu finden, um dort halt aufzuräumen. Nee, er will ja die, äh, seiner Schwester sagt er, er möchte die auch Ideen in die Luft jagen. Äh, ja. Shipkilling Flowers. Ja, und er sagt ja auch von wegen so, er hat ja auch das, äh, das Dings gefunden. Das, äh, äh, Dorf da. Und, ähm, er versucht sich damit so ein bisschen zu rehabilitieren und er sagt auch, ähm, dass das jetzt seine Sache ist. Das muss er jetzt quasi zu Ende bringen. Ja. Und deswegen lässt er sie auch stehen. Und da sagt das ja auch, the family washout und geht weg. So, so in einem Nebensatz im Prinzip. So, okay. Äh. Ja, hab ich nicht ganz verstanden. Aber er auf jeden Fall ist weg. Krass viel Information in einem Nebensatz und, äh, wird irgendwie überhaupt nicht drauf eingegangen. Okay. Interessant. Spannend. Ja. Zumindest kriegt er Narissa dazu, dass sie auf dem Borkubus bleiben soll, um die Waffen scharf zu machen. Ähm. Ja. Wo ich mich auch schon wieder frage. Wo zum Geier hockt die Frau, damit die jetzt in diesem Borkubus, der anscheinend ja keine Energie mehr hat, plötzlich die Waffen scharf machen kann? Ähm, ja. Und dass sie immer noch Zugriff hat auf, auf diese Systeme. Ja, genau. Und dass keiner im Borkubus weiß von wegen, so, pass mal auf, von der und der Konsole wird grad zugegriffen auf die Waffen. Mhm. Genau. Mhm. Äh, gut, später ja schon, Annika kommt ja dann schon, aber. Mhm. Ja. Trotz allem, äh, ist es ja trotzdem irgendwie so, mhm. Hm. Ja. Ich muss echt sagen, so, umso länger die Serie ging, umso mehr Lazy Writing, finde ich. Das war, das, das war wirklich schwach geschrieben. Mhm. Also am Anfang fand ich ja, also wie gesagt, Anfang der Serie, ich sag mal Episode 1 bis 7, super solide, tolle Sachen mit drin. Äh, großartige Dialoge, es wurde sich Zeit gelassen und, und jetzt irgendwie, äh, rushen sie's. Also hab ich das Gefühl gehabt, dass sie's ziemlich gerusht haben. Ja, leider. Leider. Ähm. Ja. Aber da kommen wir nachher drauf, wenn wir wirklich dann ins, äh, ins, ins, ins Fazit gehen, äh, was uns da so, ähm, gefallen und auch missgefallen hat, ne? Äh. Okay. Ja, ähm, Narek, äh, geht, packt also seine, ähm, wie hat er die Granaten noch genannt? Sieben Sachen. Ja, genau, seine sieben Sachen, aber er hat irgendwie zwölf Molekularlösergranaten geklaut. So hießen sie. Ja. Ja, was, was, was auch immer. Granaten. Ja, Granaten. Granaten, die ordentlich Bums machen. Ja, genau. Also das fand ich schon, äh, schon, schon ziemlich, ziemlich cool. Ja. Molekularlösergranaten. Cooler Dialog mit PK und Soji, wo es um Entscheidungen geht. Sehr cool. War wie, das war wieder ein Highlight, meiner Meinung nach. Das war ein ganz, ganz cooler Dialog. Der Dialog zwischen den beiden. Ja. Zwischen den beiden, super. Ähm, und man sieht Jurati ganz kurz, wie sie ja, wie sie ja beobachtet, wie Soji reingeht zu PK. Ja, und da dachte ich mir schon so, oh, oh, was macht jetzt sie? Was macht, was macht sie? Weil Zutritt ist ja nur zu dem, zu dem, zu dem Gefängnis, hätte ich jetzt fast gesagt, in dem Zimmer, mithilfe vom Augenscanner. Ähm. Da hab ich gedacht, von wegen, okay, was plant Jurati jetzt? Wieso, wieso guckt sie jetzt, äh, äh, Soji hinterher? Das, äh, da hab ich erst gedacht, hm. Ja, ja, dachte ich mir auch so, hm. Misstraut sie Soji? Oder, ähm, hm, ja, hm, hm. War ich mir nicht ganz sicher. Hm. Ähm. Ja, wenn wir dann, äh, weitergucken, ähm, ich weiß gar nicht, kam, da, kam das dann jetzt schon, dass, ähm, dass nach der ganzen Geschichte, ähm, Agnes hingeht zu Dr. Soong und, ähm. Nee, das kam noch ein bisschen bis später, äh, also ganz, nur ganz kurz später, weil davor kommt irgendwie eine Szene, wo ich echt mir dachte, oh. Oh. Okay, ja, ich, ich versuch, ich versuch das gerade nämlich, ähm, auseinanderzuklardüsern, hätte ich jetzt fast gesagt, was jetzt, wie kam. Ich hab einfach die Folge, äh, auf Stumm nebenher, ähm, offen und klicke mich nochmal durch. Ah, sehr gut. Ähm, weil wir sind dann auf der La Sirena. Ja. Beim Reparat, äh, bei der Reparatur-Crew. Ah, ja. Also bei Chris und, äh. Ja, 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 und Ruffy, die Szene, ja, stimmt. Ja, ja, genau. Boah, die fand ich furchtbar. Die war schlimm. Ja, das muss ich, das muss ich auch wirklich sagen. Also die sitzen da, hm. Das ist es ja eben, Star Trek war immer Wissenschaft, ne? Ja. Star Trek war immer grundsolide Wissenschaft. Und jetzt kommen die mit einem Gerät an, das über die Vorstellungskraft präparieren kann. Habe ich nicht verstanden. Das hätte man mir durchaus erklären können mit, äh, Borg-Nanosonden oder, was weiß ich, nicht was, dass die das irgendwie hinkriegen. Ähm. Und wie sie es erklären ist einfach, it works. Ja. Genau. Okay. Genau. Warum kann der fliegen? Der kann einfach fliegen. Das, ähm, so, so von der, von der Sache her. Also er hat dieses Ding in der Hand, das sieht aus wie, ähm, hier Ocarina of Time von, von Zelda. Ja, genau. Das sieht aus wie ein Ocarina, ja. Und setzt sich unten drunter und stellt sich vor, wie er es repariert und es wird repariert. Ja, und es kommen aus diesem Ding so, so Zentakeln raus und fangen an, da irgendwas zu schweißen. Und dann auf einmal plötzlich, hey, wir haben hier eine Energie für die La Sirena. Ähm, sorry. Möp. Nein, das war ... Ja, absolut, das war ein absolutes No-Go. Das war, das war unruhig. Also hätte wirklich Annika gesagt, pass auf, ne, wir können das reparieren und ihr habt ihr, was weiß ich, ein Fläschchen, wo, wo, wo Nanosonden der Borg drin sind oder sowas. Mhm. Wäre eine viel bessere Erklärung gewesen. Ja, die er hätte da drauf schütten können oder irgendwie sowas. Die dann hätten das ganze Ding irgendwie reparieren können oder so. Hätte ich gesagt, yo, that's it. Aber nicht einfach nur so da, äh, den Lümmel raushalten und, äh, andocken so nach dem Motto und alles, alles ist safe. Nein. Nein. Ja, genau. Nein, war nicht, ja. Ja, okay, da sind wir uns, da sind wir uns definitiv einig. 100 pro, ja. Ja, aber plötzlich klopft es draußen am Schiff. Ja, 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 ähm, das ist ja dann so ein bisschen, ähm, hin und her gehüpft zwischen der Jurati und der Schiffscrew. Ja. Weil Jurati hat ja nochmal dann die Unterhaltung, äh, mit dem Sung über den Gothen. Stimmt, dann kommt das erst. Ja, okay. Ja. Und da muss ich sagen, das war eine meiner Lieblingsszenen, wo Sung rauskriegt, geht, also geht ja so ein bisschen ums Thema, ähm, eine Mutter stirbt für ihre Kinder und da, da, da. Ja. Ähm, wo er rausgeht und sie einfach noch in die Kamera schaut und einfach so, I'm not their mother, bitch. Ja. Ja. Ja, voll geil. Agnes, my baby. Da hab ich auch gedacht, ich so, genau, Mädel, genau so ist richtig, ey. Sie ist so, also super, ist richtig cool gewesen von ihr, also, weil ich dachte mir in der letzten Folge eben so, what the heck, das macht so gar keinen Sinn, dass sie jetzt auf einmal wieder hier, ähm, äh, dass sie jetzt da so Hardcore Pro, also, weil sie zu viele Switches hin und her gemacht hat, ne? Ja. Ja. Aber da hat sie sich redeemed in meinen Augen. Fand ich richtig, richtig cool, war ich richtig happy. Ja, da hat, äh, Agnes wirklich, äh, verstanden von wegen, worum geht's hier eigentlich, ne? Und ich glaube, da hat sie auch wirklich Zweifel an sich selbst, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat mit der ganzen Geschichte, die sie jetzt vorher schon getroffen hatte, eigentlich. Ja. Ne? Ähm, wir sehen von außen das Anwesen, im Hintergrund sind die Orchideen am Fliegen, das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild und im Vordergrund baut sich quasi dieser Turm auf, dieses Relais, diese, diese Barke. Mhm. Fand ich auch ziemlich, ziemlich nice, ähm, auch hier wieder die Frage, wieso kann sich das einfach so zusammensetzen? Ja, irgendwie haben die auch Nanobots anscheinend und, aber es wird nie wirklich erklärt. Nie so erklärt, ne? Also, es wird halt einfach vorausgesetzt, dass man das jetzt so akzeptiert und, ähm, ja, so be it. Okay. Ja, äh, aber es war schön, wie, wie, äh, wie Agnes da steht und ihm dann so im Hintergrund dann sagt von wegen so, ver, verpiss dich. Ne, ich. Ja, ich bin nicht ihre Mutter, ihr Arschloch. Ihr Mutter, ihr Bitches, ey. Das ist geil. Und wie sie das auch spielt, ne, so mit ihrem leicht zitternden Kinn wieder, ne, das, das, das kann Alison Pill einfach, das ist. Sie ist super, sie ist echt eine großartige Schauspielerin, muss ich jetzt, muss man echt mal sagen. Also, ich freue mich auch, dass ich sie, äh, wieder sehe dann in Staffel 2. Das, äh, das ist gut. Okay. Ja, ähm, dann, ähm, ja, Narek klopft von außen mit Steinen an die Lasirener und Ruffy und Rios gucken mal nach, äh, was denn da so passiert. Ich muss da echt sagen, warum vertrauen sie dem Typen? Ja, erst mal die, erst mal die Szene sagen vor dem Wegen so, pass mal auf, Schlangenkopf, wieso sollen wir dir denn jetzt vertrauen und, äh, hier, ich hab hier zwei, äh, Torpedos quasi, ähm, die reichen für dich auf jeden Fall. Ähm, und dann kommt er mit seinen Molekularlösergranaten um die Ecke und mir nichts, dir nichts sagen sie dann einfach vor dem Wegen so, ja, äh, komm mal rein. Ja, der kommt doch an Bord. Ja, der kommt doch rein, hast ja nur Sprengstoff dabei. Genau, komm mal rein, wir setzen uns einfach hier so ein bisschen hin, Wollt eine Tasse Tee und vielleicht ein bisschen Kekse haben oder irgendwie sowas. Ruffy versucht, PK zu organisieren, sie kriegt ihn aber nicht über Funk. Und, ähm, Narek erklärt den beiden ja, was denn eigentlich da Phase ist, wer jetzt eigentlich kommen will und wen eigentlich wie zerstören will und so. Und, ähm, trotzdem, ich hab das nicht verstanden, die beiden sitzen da mit Narek einfach safe und easy und going. Ja, genau. Und, ähm. Ähm, nee. Der Einzige, der es versteht, ist, ne? Hat keinen Sinn gemacht. Nein, überhaupt nicht. Und der Einzige, der es versteht, ist Elnor. Der reinkommt und gleich mit seinem Messer irgendwie an eine Kehle geht. Ja, genau, weil nämlich als Narek ja nämlich die Cube verlässt, dann Gott sei Dank sieht ihn da mal jemand, wie er rausgeht. Da frag ich mich aber auch so, Elnor, wieso lässt du dir 5000 Jahre Zeit um, ne? Ja, weil, also ich glaube, speedtechnisch hätte er ihn mit Sicherheit eingeholt und auch vielleicht dann irgendwie draußen in der, in der Wildnis dann irgendwo hätte killen können. Auf jeden Fall. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Und dann auch Elnor instant so, nein, töt ihn nicht. Okay. Was? Ja, gut, weil, weil, ja, aber weil Narek ja sagt von wegen so, ich wähle das Leben. Ja, true. Weil das ist ja nicht wert, hast recht. Ne? Das ist ja das, was wir sonst auch bei Elnor immer gesehen haben. Wählt das Leben oder den Tod. Wählt das Leben oder den Tod, ja, ja, ja. Deswegen lässt er ihn ja in Ruhe, also da springt er nicht über seinen Kodex drüber. Ja, das stimmt, okay, ja, ja. Ja. Okay, damit, damit gehe ich d'accord. Aber trotzdem ist es schon eine ganz, 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 ganz bekloppte Szene. Also hätten die sich unterhalten und hätten gesagt, pass mal auf, du lässt deine Granaten da liegen, du kannst hier vorne zur Luke kommen und da können wir uns unterhalten mit dem Phaser im Anschlag, dann ist das eine andere Nummer. Aber nicht einfach, wir setzen uns jetzt mal hier an den Tisch und dann quatschen wir mal ein bisschen. Ja, obwohl ich dich total scheiße finde, aber das, ja, gut, das, ja. Lazy writing, haben wir so gesagt, ne? Mhm. Hätte man durchaus schon auch vielleicht in der letzten Folge Kontakt mit, äh, zusammen Narek und der Crew. Aber so, first contact und alles ist gut, okay. Ja, genau. Also es war nicht, äh. Dann aber kommt wieder, das ist eben das ganz komische, und dann kommt wieder ein großartig, dann kommt wieder super großartig, Sung und Jorati. Oh ja. Wo sie sich wieder unterhalten, ähm, und zwar über das Thema, ähm, von dem Mind Transfer in den Golem. Mhm. Und, ähm, ja, auch schon Agnes, äh, Zweifel hat, ne? Also. Was da passieren soll, ja. In dem, in dem. Ja, genau. Und sie hat mir auch schon gesagt, sie hat ja hier, ähm, beziehungsweise sie hat ja ihren, was wir danach erfahren, ja, einen echt gewieften Plan, einen ziemlich coolen Plan. Und dann, weil Sung versucht ja, ja, im Prinzip die, das Gedächtnis, äh, von, von Saga, ähm, ja, downzuloaden. Ja, er versucht es zu speichern, er versucht es zu retten. Um es sozusagen als Erinnerung an Arcadia geben zu können. Ja, genau. Was, Arcadia? Ja, äh, Arcana. Ähm, Arcana, genau. Ähm, und sie schickt die ja weg, weil anscheinend ja irgendwelche Dateien enkryptet sind und sonst was. Und er soll sie doch mal bitte entschlüsseln hier. Ja, mit seinem, äh, Programmierfu. Kryptokonfu. Kryptokonfu, genau. Das fand ich schön. Das fand, das fand ich echt schön gesagt. Ja, das war cool. Wie gesagt, es ist wieder ein starker Dialog, toller, tolles Ding, wieder mit Unterschwelligkeit, mit den alten, mit Bruce Maddox wieder reingebracht, mit der Beziehung zwischen Sung und Bruce Maddox, Bruce Maddox und, und Agnes und, ne, alles war da, alles hat gepasst, alles super. Äh, Sung haut ab, will sein Kryptokonfu, äh, anwenden. Genau, macht sein, genau. Und Agnes klaut ein Auge. Oh, das war fies. Ich mein, das ist, und ganz ehrlich, und da hab ich gedacht von wegen so, ja, das ist, das ist Star Trek, es zeigt quasi, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Gewalt, ohne es direkt zu zeigen, sondern dass die Schauspieler so projiziert über ihre Mimik. Du hast so das Geräusch gehört und du hast ihre Mimik gesehen und so, oh, ich hab gedacht von wegen, oh, leck mich am Arsch. Ne, jetzt pult die da mit ihren Fingern da irgendwo im Schädel drin rum. Ja, weißt du, das war fast ekliger, als wenn man's gesehen hätte, weil man sich so viel, ja, vorgestellt hat. Aber ich hab mir erst gedacht von, was macht sie denn da, weil man, man sieht ja nicht, was sie dann macht. Sie sieht ja nur Saga da liegen und man hört im Hintergrund dieses schmatzende Geräusch und wie sie ihre Mimik dabei verzieht. Gut, hab ich gedacht. Ja, nee, mir war das schon klar, was sie macht, weil sie zum Auge hingeht, direkt aufs Auge guckt und dann so, das ist, oh, man sieht ja die Hand auch, wie sie zum Auge hingeht, also. Oh, das ist echt, oh, ist das, äh, fürchterlich, so, ne, ja, äh, 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 ekelig, also, das hat sie richtig, richtig gut gespielt, also dieses, dieses leicht, ähm, ja, oh mein Gott, was mach ich jetzt hier eigentlich, ne, das ist, Das ist so für, für jemanden, der das noch nie gemacht hat, das erste Mal Hundekacka wegmachen oder das erste Mal Babykacka wegmachen oder so, das ist, das kommt da, das kommt da ungefähr hin, ja, okay. Ja, sie hat's Auge rausgenommen, wir, äh, sehen, es ist mittlerweile dunkel geworden und, äh, Teile der Crew, äh, haben sich, äh, draußen ein Feuerchen gemacht vor der La Sirena. Ja, ähm, wieder diese komische Konstellation zwischen der Crew und Narek und, äh, Auch, find ich, ein bisschen, ja, obwohl es geht eigentlich vom Timing her, wo wir's erfahren, geht's ja jetzt halt drum, so, um diese Prophezeiung, was ist das jetzt überhaupt für eine Prophezeiung, äh, und, ähm, es ist im Prinzip Ragnarök. Im Prinzip, ja. Ja, es hat das Ende der Welt, Judgment Day, das meint ja auch Rios, dann, ähm, ja, Judgment Day, Ragnarök. Ja. Ja, es ist ... End of Days, halt einfach End of Days-Szenario, cool beschrieben, cooler Mythos. Ja, ähm, fand ich auch. Was halt dann auch wieder so hart ist, äh, dann mit Nareks, äh, ich glaube nicht, dass das, äh, Mythos ist, ich glaube, das ist Geschichte. Ähm, also, pff. Ja, und Geschichte wiederholt sich, ne? Ähm, ja, ach komm, Junge, nein, tut sie ... Also, den witzigsten fand ich immer noch Elnor, wie Elnor immer dann zu Narek sagte, von wegen so, ich mag dich nicht. Ja, genau so, ich mag dich immer noch nicht. Das ist, das ist, das ist für mich so der Part, wo ich sagte, von wegen so, ja, du bleibst deiner Linie einfach treu, das, äh, das gefällt mir. Ne, auch wenn er gesagt hat, ich wähle das Leben, aber du sagst ihm von wegen so, ich mag dich immer noch nicht, das ist nice. Ja. Das hat auch gepasst, das war super und, ähm, ja, wie gesagt, ich find diese Konstellation seltsam und gut, ähm, sie schmieden ja dann einen Plan, wie sie den Sender auseinandernehmen können. Mhm, genau. Weil sie wollen ja nicht, dass dieses, was auch, dass diese Dämonen, äh, in unsere Welt kommen und alles aufmampfeln. Ähm, und, ja, ich weiß nicht, ich fand, wie gesagt, irgendwie, ich fand das war, hm. Ja, ich frag, ich frag mich immer noch, ne, von wegen so, also, wie kann man jemandem, äh, so sehr vertrauen, der, ähm, der schon Leute da irgendwie umgebracht hat, der Soji quasi auf dem, auf dem Borkubus beschissen hat, der, ähm. Ja, ich mein, du kannst hier sagen, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, schön, aber das ist auch dein Feind. Also, es ist nicht nur der Feind deines Feindes, sondern es ist auch dein Feind. Also, ja, und vor allem jetzt auf einmal gemeinsame Sache machen, ne, also, ähm, wenn ich einem vertrauen würde, äh, dann wär es als letzter Narek. Mhm. Weil der hat, äh, Soji hat ihm auch vertraut und er hat sie beschissen. Äh, ja, und ich glaub, dass hat Soji ... Also, von daher, die wissen ja, dass er, dass er eine falsche Schlange ist. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich find das alles ein bisschen, ähm, zu schnell an den Haaren herbeigezogen. Das gefällt mir nicht. Dieser Handlungsstrang, der war ganz cool aufgebaut, aber jetzt plötzlich, ähm, geht er mit einer rasanten Achterbahnfahrt nach unten. Ja. Und die Achterbahnfahrt ist nicht cool. Nee. Na? Nicht so wirklich. Was wiederum cool ist, wenn wir in die nächste Szene gehen, wir sehen die Romulanische Flotte durch den Hyper-Rom oder durch den, äh, äh, Warp-Tunnel da irgendwie fliegen. Ja, mit Commander O. Also, Commodore O. General O, genau. In Lack und Leder gekleidet steht sie da mit ihren, äh, Segelspitzohren, äh, und, äh, ja. Hält da große, schwingende Reden, wir sind gleich am Ziel, bla, 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 hab ich gedacht, jo, alles klar, mhm, 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 mhm. Die hatten wir auch so ein bisschen zu viel geredet in der ganzen, der ganzen Geschichte. Aber komm ich gleich noch mal drauf, wenn wir in die anderen Szenen mit, ähm, mitten. Ja, aber auch cool, ähm, ist ja dann wieder Jurati, wuhu, äh, wie sie, äh, wo sie dann, äh, Picard, ähm, rausbastet. Ja, wie sie ihn dann quasi befreit, ne, sie hält das Auge davor, ne. Ja, und dann sieht man zum anderen erst mal das rausgeschnibbelte Auge. Ja, genau. Was ich jetzt ganz cool finde in der Szene, die wir jetzt da sehen, ja, wir haben immer so, so Zwischenschnitte, ne, wir sehen, was die jetzt geplant haben eigentlich und sehen, wie sie es dann durchführt. Und dann immer wird so ein Wechsel hin und her stattfinden. Ähm, das fand ich sehr, sehr cool, ähm, geschnitten. Ja, das war schon cool geworden. Ne, wie sie die Granaten quasi verstecken wollen und solche Geschichten. Das fand ich ziemlich cool. Fußball und alles, ja. Genau. Was ich auch echt witzig fand dann jetzt mit Jurati und, und Picard, weil Picard liegt ja auf dem Bett und reagiert erst mal nicht und sie so, Picard, bist du noch da, bist du noch da, bist du noch da, ja. Ja, ja, ich bin auf jeden Fall noch hier und so und, äh, ja, ihn verwundert das ein bisschen von wegen, sodass sie ihm jetzt helfen will. Ähm, naja, aber sie sagt das auch selbst von sich aus, sie ist eine schlechte Spionin, also. Ja, sie meinte, ja, sie dachte, sie wäre die schlechteste Spionin der Welt, aber vielleicht hat sie ja doch ein Talent dafür. Ja, genau. Wir sehen, äh, Sung, wie er sein, äh, Matrix auf diesen Golem, äh, äh, implantiert hatte. Das hat anscheinend ganz gut funktioniert. Und sieht dann plötzlich auf dem Video, den er sich dann, äh, rüber, diesen Videoscreen, was wirklich passiert ist, als Narek da, ähm, freigelassen wurde, wie... Und da zieh ich meinen Hut vor dir, Pipi. Ha, wer hat's gesagt? Du hast es gesagt. Ich hab's gesagt, ne, weil ich ganz ehrlich, der Tante, äh, ähm, ne, vertrau nie, was, äh, was so sexy um die Ecke kommt, äh, das kann meistens nix sein. Wie gesagt, wer auf goldener Haut steht, alles gut. Ähm. Mega, mega gut, mega gut. Also, Sung hat definitiv verstanden, dass da irgendwas, äh, im Busch ist und dass er gerade hier auch einem Schwindel aufliegt. Ja, dass er auch gerade manipuliert wurde. Und es, und es verletzt ihn auch sehr tief. Ja, das konnte man sehen. Sehr, sehr gut gespielt von Brent Spiner, ja. Ja. Aber was ich dann schon wieder krass finde, ist, dass er instant damit okay ist, dass Narek mit dabei ist, wie sie dann den Sender zerstören wollen. Hab ich auch nicht verstanden. Er poppt dann plötzlich im Hintergrund auf und sagt, hey, hier, und, äh, übrigens, ne, ich weiß, und, äh, guck mal nach, und hier, ach, der Sender ist gleich aktiv, und, ha, 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 und, ha, ha, ha. Ja, genau, und jetzt machen wir das mal. Gut, dass er den Sender deaktivieren will, okay. Kein Ding. Aber dass er damit d'accord ist, dass Narek, also, ne? Ja, der Zerstörer von, ähm, ne, synthetischem Leben. Äh. Ja, auch wieder so ein bisschen hm. Ja. Hm. Wir sollten uns vielleicht so einen roten Buzzer organisieren. Jedes Mal, wenn wir was haben, drücken wir da drauf. Ja, meh. Irgendwie so. Naja, aber ... The Drop-Button. Der, der, ähm, Turm ist fast, äh, dabei, und, ähm, äh, Agnes hat, äh, Picard ja, äh, in die Lasirena wiedergebracht, weil sie anscheinend meinte ... Weil sie dachte, dass da alle da sind. Entweder genau das, oder sie meinte von wegen, das ist jetzt so mein sicherer Hafen, aber keine Sau ist da. Ja, genau. Ups. Genau, ne, sie, sie scannt so ein bisschen den Hyperraum, um zu gucken, was ist denn da so los, und außer der, äh, Romulanischen Flotte, äh, findet sie nichts, weil Picard hat ja, ähm, versucht Kontakt mit der Sternenflotte, ähm, zu schaffen, was aber ja nicht funktioniert hat. Zumindest glaubt man das. Ja. Ja. Und dann kommt eine, ein sehr cooler Moment, wie sich Picard in den Kapitän-Pilotensessel setzt. Ja, hast du den Soundtrack dahinter gehört? Schauen wir mal, wie gut ich Rios zugeschaut habe. Genau. Hast du den Soundtrack da mitgekriegt? Ja. Ne, wir hören, wir hören im Hintergrund, hören wir, ähm, das Star Trek-Theme, ähm, und ich glaube, es ist sogar aus The Next Generation, ähm, wie er dann versucht, dieses Ding dann einfach wirklich in die Luft zu kriegen, ne, und, ähm, ja, also ... Er schafft es. Er schafft es. Er schafft es. Er schafft es. Zwar mit Mühe und Not, aber es geht. Also, er ist nicht der beste in den Moment. Und er setzt sich ja auch hin, und es geht ja auch darum, also, wie kriegen sie jetzt die Androiden dazu, sich zu entscheiden, eben nicht alles Leben zu vernichten? Mhm. Und bevor er sich hinsetzt, meint er auch noch so, ähm, Jurati fragt er auch so, und, und wie machen wir das? Äh, by example. We lead by example. Und ich so, ja, das ist PK. Das ist mein Käpt'n, ja, richtig, genau. Ja, das ist mein Käpt'n. Führen durch Vorbild, genau so ist es. Ja, genau, führen durch Vorbild, so, ja, das ist mein Käpt'n. Ja. Er hat auch sichtlich Spaß daran, wie er plötzlich die Lasirener fliegt und endlich mal wieder, ähm, mal so einen Steuerknöppel quasi in die Hand nimmt. Ähm, und die beiden, äh, brechen auch quasi in, äh, Richtung freier Raum. Naja. Äh. Er fliegt zwar ein bisschen holprig, aber er fliegt. Ja, aber, ähm, es fehlt mir noch, im Hintergrund fehlt mir noch so ein bisschen so, weißt du, so eine Art Fehlzündung, erstmal in den Triebwerken oder irgendwie sowas. Ja. Das wär geil gewesen. Ja, genau. Weißt du, wie du so eine alte Mofa liest anmachst? Da fand ich das halt zum Beispiel richtig geil bei, ähm, ganz kurzer Exkurs, bei, ähm, dem Remake von Star Trek, von dem Star Trek Film von J.J. Abrams. Ja. Wo sie ja auch dann auf der Enterprise sind am Anfang und auch nur diese komplette neu trainierte Crew haben. Mhm. Und dann Zulu, ja, auch da sitzt und dann so, ähm, engage and warp in three, two, one. Ja, so. Und dann auch, äh, einfach nur, der Käpt'n meint so, ist hier, ist hier Handbremse drin? Ja, oh, äh, sorry, sorry. Ja, und dann meint ja Spock von hinten so, ähm, die, ähm, die Gravity, äh, Dampners, äh, sind sie deaktiviert. Und einfach Zulu nichts sagt, sondern ne, tü, tü, tü. Ja. Ja, die Trinkheitsdämpfer. Ready for Wop. Genau, Ready for Wop. Das ist so schön. Die Trinkheitsdämpfer, ja. Das hätte hier auch so sein können. So geil einfach nur diese Szene. Sie war nicht gezwungen witzig, sie war einfach nur situationskomik witzig. War super gut. Ja, das, das hätte hier auch gut getan, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Dass die erst so, 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 so ein Hopser nach vorne macht, wieder im Staub landet und, äh, das Schiff dann vielleicht plötzlich sich das Holo aktiviert, ähm, und sagt von wegen so, kann ich ihnen irgendwie helfen? Ja, die Holos! Ach Mann! Das hätte jetzt gut getan. Ja. Mhm. Das hätte jetzt gut getan. Das wäre echt schön gewesen, die Holos, ja. Naja, gut. Nächste Szene. Wir sehen, ähm, Soong, wie er, äh, diesem Treffen beiwohnt, wo die ganzen Andro, ähm, Androiden da stehen und einen Treffen abhalten und Soji baut wunderbar diesen, diesen, äh, ja, diese Barbarke zusammen. Ich weiß noch nicht genau, was sie da tut, aber für mich sieht das so ein bisschen aus wie, äh, Duplo. Ja, Duplo. Duplo aufeinander bauen. Ja, Lego. Irgendwie sowas. Ja. Und Soong stellt, ähm, hier, äh, Sutra zur Rede. Ja. Er möchte ihr nämlich die Brosche wiedergeben. Ja. Die Bolt Move. Ja. Die Brosche hat er... Und er deaktiviert sie einfach. Genau. Und das fand ich ziemlich cool. Fand ich auch irgendwie... Ja. Das fand ich cool. Schön, ein Ausschalter, zack, draufgedrückt, sie kurz Augen, äh, 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 Reset, zusammenklappen und tschüss. Ausgeschaltet. Ja. Das hat echt, das hat echt Stil gehabt. Da hab ich gedacht, von wegen, äh, ja, cool. Ja, und dann kommt Soji. Und fängt den Detonator auf. Oder beziehungsweise die Granate. Ja. Und sagt, fickt euch. Ja. Ne, gibt's einen großen Kampf jetzt noch, ne? Äh, Narek ist dabei. Ja, großer Kampf war das jetzt auch nicht. Also, war halt kurzes Gerangel und... Ja, kurzes Gerangel schon, ähm, aber alle sind im Prinzip so verwirrt. Ähm, die Androiden stehen da ja und sind völlig verwirrt, weil sie jetzt gerade überhaupt nicht wissen, was, was, was soll man machen, ne? Rios holt seinen Fußball raus. Was ich schade fand, ist, dass Rios die Granate aus dem Fußball rausnimmt. Äh... Warum schießt du denn nicht einfach den Fußball hoch? Weil, ja, das haben die aber vorher erklärt, weil, ähm, diese Granaten ja, ähm, um unentdeckt zu bleiben, müssen die ja quasi in Keramik irgendwie ummantelt sein oder irgendwie was anderes. Ja, ja, aber, nein, das ist schon klar, aber er hätte ja einfach den Fußball nehmen können mit der Granate drin und dann den Fußball in Richtung von dem Ding schießen können. Das hätte man cool machen können, hätte er nur das Ding irgendwie aktivieren müssen. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Ja, okay. Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Und nicht einfach Soji das Ding in der Hand, ähm, werfen und man hört im Hintergrund, ähm, diesen Ton, der immer, immer schneller und hektischer wird. Ja. Erinnert mich an, ähm, Starship Troopers 2. Wirf mich, wirf mich, wirf mich, zu spät. Auch großartig, oder? Aber das ist Humor, der passt bei, äh, bei Starship Troopers auch rein, der darf. Ja, bei Starship Troopers passt er absolut. Der darf, der darf da auch rein. Gut, ähm, wir sind unterwegs wieder im Raum mit Picard und Agnes. Ja, weil sie sich überlegen, wie, wie wollen wir jetzt zum Geier diese Romulanische Flotte aufhalten? Ja, vor allen Dingen mit dem kleinen Schiff, ne? Weil die kommen jetzt ja in sieben Minuten, kommen die an. Ähm, und so ein kleines Schiff hat definitiv keine Chance gegen, ähm, gegen diese, gegen diese Übermacht. Ja. Und wir haben ja dann auch nochmal Narissa. Ja. Wie sie plötzlich, also die Borg-Kubus-Waffen online kriegt. Und da war ich da auch schon so, warum zum Geier kann die immer noch an dieser Konsole rumhantieren? Ja, hab ich auch nicht, hab ich auch nicht ganz verstanden. Spätestens jetzt. Und dann, Gott sei Dank, lösen sie ein bisschen auf, indem eben Seven of Nine kommt. Genau. Hält ihren Phaser hin und sagt von dem Weg, schmeiß deinen über die Klippe. Ähm, und dann hauen die beiden sich erstmal auf die Fresse. Das fand ich ziemlich geil. Narissa, total eklig. Ähm, sie fängt nämlich an, ähm, Annika so ein bisschen zu provozieren, indem sie quasi ihre Geschichte erzählt, ne? Dass sie ja damals mit sechs irgendwie von dem Borg assimiliert wurde und so weiter. Ähm, naja, auf jeden Fall hauen die sich ganz, ganz gut auf die Fresse. Weil, ich fand diesen Kampf, fand ich ziemlich, ziemlich gut choreografiert. Das fand ich gut. Ja, er war, er war in Ordnung. Also, er war gut, er war, er war jetzt nicht, nicht schlecht, nicht grauenhaft, aber auch nicht überragend. Ähm, aber gut gemacht. Und, ach, danke Annika. Danke. Genau. Weil, Max, was tut sie? Sie kickt sie, sie macht den Parallel, sie macht den Parallel. Sie macht den Darth Vader-Slash-Imperator-Move. Sie schmeißt sie in einen Energieschacht. Es ist, es ist so gut. Oder wir können auch 300 als, äh, Vorlage nehmen. Ähm, einfach den Tritt gegen die Brust und derjenige strauelt, fällt nach hinten und fällt tief. Ähm, ich hätte mir gewünscht von wegen so, dass dort vielleicht ein bisschen Strom gewesen wäre. Ja. Sie fällt ja tief, aber, ähm, sie schreit ja auch dabei. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen Strom wäre ganz cool gewesen. Ja. So. Ich weiß, was du meinst, Pibi. Und ich war so befriedigt, wo ich mir gedacht habe, von wegen so, endlich, endlich ist dieser ... Ja, die Bitch, die hat's halt so hart verdient. Ja, und vor allem auch dieser nutzlose Charakter ist aus der Serie geschrieben. Weil dieser Charakter, der hatte, der hatte ja, wie soll ich das sagen, der hatte nichts vernünftig bedrohliches. Der hatte einfach nur, ich bin, ich bin ne Bitch, ich, ich, äh, ich disse dich die ganze Zeit, ähm, und ich seh zu, dass ich irgendwelche Leute kille. Aber ansonsten hatte diese, 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 diese Figur null zu tun in dieser Serie. Die war einfach nur bitchig. Sie, ja, so krass fand ich's jetzt nicht, also so schlimm. Aber, ähm, sie war halt ne harte Bitch. Sie war halt einfach komplett unlikable. Ne? Ja, also ein, ein, ein Schurken, den man, den man, den man nicht gut findet. Es gibt ja durchaus Schurken, die findet man auch gut. Aber das war nicht, aber das ist eigentlich das Gute. Also, ich hab sie deshalb eigentlich gut gefunden, weil sie eben so unlikable war. Sie war ein Schurke, den du wirklich hassen konntest. Ja, aber ich fand die zu, zu, zu flach geschrieben. Ja, sie war jetzt kein großartiger Schurke. Das ist so ein bisschen das Marvel-Problem. So, das haben auch viele Schurken da irgendwie so. Sie war so ein bisschen flach und, äh, ja, sie sind halt böse. Obwohl sie ja ein bisschen Tiefe bekommen hat, von dem Moment an, wo wir wussten, ähm, dass sie diese Vision hatte und so was. Das heißt Vision, dass sie das halt da gesehen hat und so. Ich hab ja ein bisschen, ja, ich hab ja ein bisschen mehr Angst vor Schurken, die sich sehr menschlich verhalten. Siehe Joker zum Beispiel. Ja, das sowieso. Weißt du, der letzte Joker zum Beispiel, äh, Joaquin Phoenix, alter Schwede. Boah. Alter Schwede, da hab ich. Der Film war gruselig. Da hab ich, da hab ich Angst vor. Aber nicht vor so einer, die die ganze Zeit da irgendwie in Latex und Straps durch die Gegend läuft, äh, ihrem Bruder da irgendwelche. Sie war halt sexy. Also das muss ich jetzt mal sagen, sie war sexy. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Deshalb, ja, wahr. Ach ja, wir gehen wieder zurück in den Weltraum. Die Lasirena fliegt und fliegt und fliegt. Und plötzlich, ähm, hören wir Wopsy-Karturren. Kommt, Commander, General, Admiral, oh. Ja, und nicht, nicht alleine. Und nicht alleine. Nicht alleine. So. Und hier haben wir wieder ein, ein Problem für mich. Ja. Max, ich fühlte mich erinnert an, ähm, ich mag's gar nicht sagen, aber an den letzten Star Wars. Okay. Ich habe eine, ich habe eine Übermacht an gleichen Schiffen, die zur gleichen Zeit, äh, auftauchen, äh, die eine Bedrohung darstellen sollen. Hm. Und wobei ich das hier halbwegs okay fand. Vor allem, ich fand's interessant, wir sehen ja die Warbirds im Prinzip. Ja. Die, ich find das Design eigentlich schon ganz cool. Das ist natürlich ein komplett anderes Design als das Original-Design. Aber nur, weil wir jetzt auch gerade mehr von den Dingern sehen. In den letzten haben wir nur so Umrisse, Schatten, hätte ich jetzt fast gesagt, gesehen. Also, mehr haben wir ja gar nicht. Ja, also, ich find das cool. Das hat ein sehr, sehr vogelartiges Feeling. Ähm, von daher passt der Begriff Warbird, find ich eigentlich ganz cool. Und General, oh, Admiral, Commander. Irgendwas. Äh, whatever, sitzt ja auf einem anderen Schiff. Das ist ja irgendein anderer Typschiff. Äh, brrrr, brrr, brrrr, 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 brrrr. Und anderer Typ Schiff. Mhm. Das sieht man, wenn man mal auf die obendrauf an sich guckt, das ist kein Warbird. Ja, das sind, ähm, das sind andere Schiffe. Anscheinend ist das wirklich so eine Art Flaggschiff, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Ja. Ähm, die dann da eintrecken. sehr, sehr cool. Also ich fand's in Ordnung, weil wir wussten ja, dass 218 Schiffe ankommen, dass diese Flotte kommt, um diesen Planeten einfach zu ja, dezimieren. Anders kann man's ja nicht sagen. Du meinst, die haben sich gedacht von wegen so, wenn ich die ausradieren will, dann will ich's richtig machen und dann hau ich alles drauf. Um einen General des Zweiten Weltkrieges zu zitieren, klotzen, nicht kleckern. Mhm, ja. Wenn du 218 Warbirds hast, dann schick 218 Warbirds. Ja. Und dann pulverisier den Planeten. Überlass nichts dem Zufall. Getting shit done. Schick 218 Warbirds und baller alles über den Haufen, was du kannst. So, und jetzt, wie Oda steht und die ganze Zeit sagt von wegen so, sterilisieren sie den gesamten Planeten, die labert mir zu viel. Ja, ja, genau. So einfach, wir sind hier feuerfrei. Wir kriegen. Genau. Ballern. Genau. Weißt du? Und, und, und. Nein, wir müssen erst noch mal reden. Führen sie Protokoll, bla, Furz, Feuerstein aus, sterilisieren sie den Planeten. Ja, wir sind dabei, Commander. Ja. Ja, sie haben es ja zum dritten Mal gesagt. Ich hab sie verstanden. Die Waffensysteme fahren doch schon hoch. Oh, hab ich gedacht, von wegen so. Und dann kommt die, dann kommt, ne, also das haben sie richtig geil gemacht, die, die Orchideen. Ja. Uuh. Das sah, das sah, das sah geil aus, ne? Also unten auf dem Planeten sehen sie, dass dann quasi auch die Flotte angekommen ist, was sehr, sehr cool aussah. Mit den Schiffen oben im Himmel, dass man die sehen konnte, also das hatte schon echt, äh, echt Stil. Und. Da wird ja auch klar, wie groß die halt wieder sind, ne? Ja. Das ist nicht mal eben so ein kleines Ding, sondern das sind schon richtig geile Schiffe. Und die Orchideen, wie sie das gemacht haben, äh, wie die sich als Schild aufbauen, unglaublich gut gemacht. Unglaublich gut gemacht. Und dann ist endlich mein Raumkampf da. Ach, mein Raumkampf ist da, Max. Max. Die ballern. Ja, ich weiß. Ja, sie ballern. Das sieht auch ziemlich cool aus, aber es ballert halt nix zurück. Ja, das ist. Und Picard fliegt halt zwischendurch zwischen den Orchideen, die zerballert werden. Ja, sieht cool aus. Bockt sich auch. Warum haben die Orchideen nicht quasi, warum sind die nicht weiter geflogen und haben versucht, die Schiffe abzufangen? Man sieht ja, dass sie ein paar Schiffe kaputt machen. So ein, zwei Warbirds, zerhacken sie. Ja, mit ihren Tentakeln, die da ja rauskommen und so. Ja, genau. Ist ja alles cool. Ähm, aber ich hab das so mitgefiebert mit dem, wie die durchgeflogen sind. Das war geil. Weißt du, auch so ein Ding ist, ähm, bei, ähm, bei den Orchideen, wir haben 218 Warbirds und was sind das? Zehn Orchideen oder so? Ja, irgendwie 25 oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall eine geringere Zahl. Eine sehr viel geringere Zahl. Das ist immer, das hat mich damals auch schon bei einer der ersten Folgen von Vikings gestört. Als die, als die Wikinger kommen zurück, äh, am Strand werden sie von, ähm, Angelsachsen gestellt. Schildwall. Das sind zehn Wikinger gegen 20 Angelsachsen. Anstatt, dass die Angelsachsen sagen, cool, wir gehen mal zehn Mann links, zehn Mann rechts. Laufen sie einfach straight auf den Schildwall zu. Ja, stimmt. Äh, wir haben 218 Warbirds. Ja, 50 Warbirds ballert, ähm, der Rest 150 Warbirds, zerlegt mal die Siedlung bitte. Äh, genau. Äh, ne? Genau. Also, so. Und da, da hätte ich mir nämlich gewünscht von wegen, das ist das, was ich in der letzten Folge nämlich auch schon sagte, warum haben die den Borkubus nicht wieder so hingekriegt, dass der hätte starten können? Dass der zumindest auch vielleicht mit Hilfe der Orchideen ab nach oben, äh, und hätte da vielleicht mitgeballert oder irgendwie sowas. Ja, vor allem, anscheinend gehen dir die Waffensysteme vom Borkubus. Wie man gesehen hat. Also, sie haben zwar nicht gefeuert, aber sie haben ... Wacht, Annika schaltet sie wieder aus. Ja, weil die ja auf die Lasirener gerichtet sind. Ja, genau. Aber warum richtet sie sie nicht um? Äh, Ja. Müssen wir Michael Scheppen fragen. Gucken, was der sagt. Ja. Ich ruf da immer jemand, warte mal hin. Ja, ruf ihn mal. Und wir sehen ja, PK ganz ... ganz cool durchfliegen. Und ... Dann kommt was, was ganz cool ist. Das fand ich auch sehr witzig, weil wir auch das letzte Mal drüber geredet haben. Das PK-Manöver. So, und es hätte hier nicht passen müssen. Es hätte hier nicht reinkommen dürfen. Das war, ähm ... Das war Fanservice at its best, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, ähm ... Ja, das ... Oh, nee. Diese Erklärungen und bla und ... Vor allem, was mich dann eigentlich ... Ich dachte, es ist eigentlich ganz witzig, dass sie das so ... Dass sie das irgendwie ... Dass sie's halt sagt. Und dass auch Pikasi noch mal korrigiert. Dass es halt auch doch nicht die ... Dass es nicht die Enterprise war, bla, bla. Aber, Was mich dann gestört hat, war, wie sie das PK-Manöver durchziehen. Naja, es war seltsam. Wieder mit der Fantasy. Ich stell mir vor, was ich haben will und hab es, Ocarina. Mh ... Ja, meint man vielleicht. Ähm, ist es aber nicht. Ähm, die haben irgendwie die Möglichkeit, das dann wirklich zu projizieren. Damals über die, ähm ... Ich glaub, Enterprise, die das dann gemacht hat. Ähm, oder halt über dieses andere Schiff. Haben die das vorne über den großen ... Über die große Schüssel dann projizieren lassen. Und so weiter und so fort. Also, erklärbar ist das. Ja, ja, nein. Erklärbar ist ja ... Ist ja okay. Aber PK sagt ja, dass die Laserena nicht über die Systeme verfügt. Und Jurati sitzt vorne mit der Ocarina in der Hand, hört ihm zu und meint dann, oh, wäre es nicht toll, wenn wir, ähm ... Ähm, irgendwie bla, bla, bla hätten, um ... Ja, ja, sie sagt von wegen so. Sie haben gesagt von wegen so, dass sie die Enterprise da doppelt gemacht haben, ne? Er sagt, nein, das war die Stargazer, war das. Ähm. Ja, if only we had some kind of wacky fundamental field replicator with a new automatic interface. Der Star lächelt, hat das Ding in der Hand und blub, oh, ich hab's. Ja. What? Also, er vergleicht es ja mit den Kriegsflugzeugen, die mit Streuspiegeln ausgestattet wurden. Ähm. Ich gehe davon aus, von wegen so, früher war die Technik dementsprechend ja älter. Wir müssen ja sagen, wir sind ja 30 Jahre weiter. Ähm. Also, erklärbar ist es. Erklärbar, das ist ja in Ordnung. Erklär ... Pibi, erklärbar ist ja ... Das zweifle ich ja nicht an. Was mich ankotzt, ist, dass sie ihr ... Ich wünsch mir, was ich haben möchte, Gerät, und es baut mir das Gerät in die Hand nimmt, das sagt, was sie haben möchte, und kluck, schon hat sie's. Mhm. Das ist das, was mich nervt. Ja. Nicht, dass sie das PK-Manöver durchziehen mit ... mit Blablabla. Alles gut. Ja. Das ist ... Aber das dann ... Genau, aber dass dann dieses Teil da wieder liegt und sie meint, ich stell mir das jetzt vor, dass es passiert. Da geb ich direkt. Ich hab dir grad eben vorgelesen, was sie gesagt hat. Das sagt sie, hat das Ding in der Hand, und blablabla, schon schweben 20 Jurati-Köpfe in der Luft. Mhm. Ja. Ja, ich mein, technisch, ne? Also, technisch hätte das mit Sicherheit auch so funktioniert, dass man aber unbedingt dann wieder diese Ocarina of Time da wieder nehmen muss, um dann wieder zu sagen, ha, ha, guck mal, wir können's doch. Weil, ganz ehrlich, dann hätt ich mir auch vorstellen können, von wegen, dass ich mir hier ... Entweder das, oder ich wünsche mir, dass dann irgendwie 218 Enterprises da stehen. Ja, genau. So, also, ja, Lazy Writing. Ganz, ganz einfach Lazy Writing. Dieses Ding ist einfach der Inbegriff von der Deus Ex Machina. Das stimmt. Und auch nicht auf eine gute Art und Weise. Also ... Nee, nicht so richtig. PK schaltet sich per Com zu Soji. Ähm, erklärt ihr von wegen so, dass er hofft, ihre Meinung zu ändern. Ist ja auch alles cool. Sehr, sehr cool gespielt von Stuart. Ähm, dass ... Er ... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Man sieht es an seinem Gesicht von wegen so, dass er das irgendwie ... Ich hab das Gefühl, er meint das grad wirklich. Ja. Ist richtig gut gemacht. Er meint auch so, ja ... Na, er bietet ihr ihr Leben an, ne? Und sagt von wegen so, ey, hör auf damit. Ja. Äh, als Gegenzug biete ich dir mein Leben, ne? Das ist schon, ähm ... Was man dazu aber wieder sagen muss, arrogantes Arschloch. Er opfert auch Jurati. Äh ... Weil Jurati sitzt ja auch auf dem Schiff. Ja, aber das meinte er, glaube ich, ähm ... Eher so für sich persönlich. Ich glaube, dass er in dem Moment gar nicht, ähm, an Jurati gedacht hat. Ich, ich, ich glaube es nicht. Ich, ich glaube es nicht. Aber wir sehen wieder, oh, wie sie dann wieder anfängt, so, ja, wir müssen mal wieder ein bisschen reden und fahrt mal Waffensysteme hoch. Oh, ich hab, ich hab die Frecken gekriegt. Ich hab gesagt, Mädel, Mädel, ich hätt schon dreimal mit meinem fetten Arsch irgendwie auf den Knopf gedrückt. Ja. Was macht die denn dafür ... Ja, und dann macht er ja wieder seine ... Ja. Und ich mein, dann sehen sie, oh ja, das kleine Schiff. Und dann fragt sie auch so, was ist das? Nee, nichts, wort es denn schießen? Feuer freigegeben, ballert, let's go. Ja, ey, überleg mal. Da kommt so ein kleines, mickriges Schiff an. Ich bin dann mit 218 romulanischen Warbirds und sag mir von wegen so, he, he, hau ab. Und sie fängt wieder an so. Ja, und selbst dann, wo dann diese ganz vielen kleinen Lasireners rauskommen, ja, ist ja süß. Nochmal, das ist eine Lasirener, das andere ist ein Warbird. Ja, wahrscheinlich das ganze Ding irgendwie fünfmal größer als die Lasirener. Ja. Ja, und dann, als die Lasirener vor denen auf dem Bildschirm auftaucht und die abgetastet werden und sie fragt, was ist das, keine Ahnung, planetare Sterilisierungsmuster fünf klar machen. Nein, das habe ich schon klar gemacht, nachdem ich aus dem Warp gekommen bin. Ah, ich hab, äh. Ich hab gedacht, von wegen so, hier, oh, 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 rausschneiden. Gehört da jetzt nicht mehr hin. Die ist total doof. Weißt du? Und, ah, ich hab gedacht, nee, ey, komm, Leute. Was, äh, ähm, also, da lasse ich mich doch nicht drauf ein. Und spätestens, als die, als die Warbirds auf diese, äh, auf diese Muster, äh, geballert haben und sehen, dass die, a, nichts treffen, b, dass die, dass die, äh, Disruptoren da durchgehen, weil es ja nur eine Spiegelung ist. Ja, und nichts zurückballert. Scheiß drauf. Genau, das ist der dritte Punkt. Nichts zurückballert. Hätte ich mir doch gesagt, von wegen so, hey, stell mal Feuer ein, seh zu, dass du das Ding wieder klar machst, weil ich will da unten die Siedlung pulverisieren. Ah, ich hab, mh. Und, ja, und dann auch, sie haben den Beacon aktiviert. Ja, Resume. Ach Gott, Leute, er schießt einfach. Und nicht on my command, sondern Feuer gegen ihnen. Genau, Feuer, Feuer, ja. PK geht's nicht so gut. Das, äh, idomodische Syndrom macht sich bemerkbar. Ich glaub, idomodisches, iromodisches, iromodisches Syndrom? Ja. Irgendwie so was. Äh, macht sich, macht sich bemerkt. Und, ähm, er kann nicht mehr. Aber der Beacon wird aktiviert und schafft quasi ein, ja, ein Tunnel, wo... Total. Wo Dinge rauskommen sollen, die nicht rauskommen dürfen. Sollen, ja. Ja. Aber dann, Starfleet. Ja. Und dann wieder, oh, auf mein Kommando, wir schießen, bla, furts Feuerstein. Und auf einmal materialisiert die komplette Starfleet vor diesem Planeten Coppelius. Und das war mein Moment, wo ich gesagt hab, von wegen so, fick die Henne, das ist schon geil. Und als dann plötzlich Captain James, äh, Riker hier gesagt hat, ne, Command, äh, Admiral, können wir ihnen helfen? Da war für mich der Part, wo ich gesagt hab, von wegen so, ja, endlich. Pivi? Pivi, erinnerst du dich, als ich dir geschrieben hab, du wirst ausrasten? Ja. Das war... Das war genau die Szene. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil das war... Das war genau in dem Moment. Fick die Henne, das war mein Moment, wo ich gesagt hab, von wegen so, scheiße, Mann, ich hab Tränen in den Augen und das ist genau das Ding, was ich mir erhofft habe. Aber. Aber. Ich hab was zum Nitpicking. Ja, okay. Warum hat die Sternenflotte nur einen einzigen Schifftypen? Ähm, ja. Es ist... Ich hab nämlich grad eben auch den Screen da. Es ist wirklich nur eine einzige Art von Schiff. Es sind alles die exakt identischen Schiffe. Und... Das, genau. Das hab ich mir auch nicht verstanden. Da muss ich auch wieder sagen, J.J. Abrams mit seinem Star Trek damals, du hast ganz viele unterschiedliche Schiffstypen aus allen möglichen Zeitaltern in dem Sinne gesehen, ne? Mhm. Und hier siehst du einfach nur die gleichen Schiff, nur ein und dasselbe Schiff. Obwohl... Moment, 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 Moment. Bevor ich jetzt was Falsches sage. Also das, was man... Ich glaub, es sind zwei Schiffe. Schiffstypen. Es könnte sein, dass es zwei Schiffstypen sind. Wenn wir das Flaggschiff noch mit dabei nehmen, sind's drei Schiffstypen. Ähm... Ja. Ich weiß aber nicht und da haben wir leider in der gesamten Serie zu wenig, ähm, über... Von der Sternenflotte gesehen, ne? Über die Sternenflotte gesehen. Ja, nee, es sind schon so... Ja, es sind, sagen wir mal, drei, vier Schiffstypen, aber die unterscheiden sich nicht allzu großartig von anderen. Nee, wollte ich grad sagen, die unterscheiden sich nicht. Aber das war wirklich mein Moment, wo ich wirklich Tränen in den Auge hatte und hab da Will Riker dann als Käpt'n, ähm, der wieder in Amt und Würden ist, äh, auf dem, auf dem Käpt'n's Chair gesehen. Und ich hab von wegen so, ja, das ist genau das. Sternenflotte ist da. Sie sagt von wegen, der Planet ist, äh, unter Schutz der, der, der Sternenflotte. PK schaltet sich mit ein. Oh, versucht noch irgendwie da, äh, da rauszukommen, ähm, und sagen dann ja auch von wegen so, geh aus dem Weg, ähm, oder wir feuern und dann, äh, ah. Ja, Riker war super. Da hab ich auch, äh, äh, echt, das hab ich auch echt gefeiert, wo wir ihn sehen, im Kommandosessel, mhm, mega. Es war einfach großartig. Richtig, richtig cool. Es war einfach großartig. Und was dann auch passiert ist, ja, von wegen, genau die Nachricht, wo wir meinten, von wegen, die ging nicht durch die Sternenflotte durch. Genau das ist dann ja passiert, weil wir haben ja die Aufzeichnung und sagt von wegen, ich habe hier einen Planeten, den ich unter den Schutz der Sternenflotte stellen möchte. Ja. Großartig. Genau. Großartig. Und das ist schon richtig, richtig gut, ja, weil die Romulana keinen offenen Krieg mit der Sternenflotte riskieren. Richtig. Das muss man ihr noch ein bisschen mal, äh, einbläuen, ähm, das macht aber, äh, Riker ziemlich, ziemlich, äh, trocken und ganz, ganz easy und relaxed und sagt von wegen so, hier, wir haben der stärkste, schnellste ... Das ist auch so, ja, geil, wie er meint so, General or Commodore or whatever. Genau, oder was sie auch immer gewesen sind in der Sternenflotte. Ähm, aber geben sie mir einen Grund, äh, ihren Tal Shiar-Arsch aufzureißen. Da hab ich gesagt von wegen so, jau. Ja, und nichts würde mich glücklicher machen. Uhuhuhu. Ja, Mann. Und wie fett er dabei guckt und er keine Mine verzieht und sagt von wegen so, pass mal auf, Schnückelchen. Hau ab. Ich bin auf dem größten, schnellsten und bestbewaffnetsten Schiff, der es die Sternenflotte jemals in Dienst gestellt hat. Uhuhuhu. Es ist, es ist, es ist wirklich geil. So, dann aktivieren sie ja nochmal ihre, ihre, ihre Waffensysteme. Die Sternenflotte sagt von wegen, ja, das können wir auch. Ja. Ne? Und vor allem so, nothing would make me happier than you giving me an excuse to kick your treacherous Tal Shiar-Ass. Das ist so großartig. Das ist echt, das ist echt einer der geilsten Sätze in dieser gesamten Folge. Ah. So. Und wenn du dann siehst, wie diese Flotten sich gegenüberstehen, ne, und bei der Sternenflotte, ähm, die Deflektoren sich über diese, über die gesamten Schiffe legen. Ey, hab ich gesagt von wegen so. All phasers, äh, hordes Deflektors zu Maximum. Es ist so großartig. Boah, mega. Es ist so schön. Mega. Was ich aber, ähm, wenn ich mir überlege, wie groß das Flaggschiff sein soll, im Gegensatz zu den anderen Schiffen, dann ist das ja so ein kleines Flaggschiff, ne? Also größer. Ja. Ich hab's mir ein bisschen größer vorgestellt. Ja, vor allem, man sieht's ja leider nicht. Ne. Also man müsste mal googeln. Ich weiß nicht, ob es da Bilder dazu gibt, zur Shanghai. Ähm, müsste man wirklich, ähm, wirklich mal gucken. Gucken, was Memorial von mir zu sagen. Also beim Schiffsdesign, finde ich, haben sie ein bisschen, äh, ins Klo gegriffen. Also, hm. Ja, es ist halt definitiv neu, ne? Also man hat immer noch diese, diese beiden Warp-Gondeln außerhalb, äh, man hat diese Untertassensektion. Das ist immer noch da, ne? Das ist immer noch da. Ja, aber halt irgendwie noch nicht so, also es ist nichts Ikonisches irgendwie. Irgendwie alle grau, also wirklich einfach nur noch grau. Ja, das ist vielleicht das, was wir gerade so sehen. Ich sag mal, wenn man die Schiffe näher sieht, ähm, siehst du auch mit Sicherheit. Ne, 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 ne. Ne, sobald du, also selbst wenn du nah rangehst auf den Shots nah dran, ist alles irgendwie grau und ... Das waren sie aber immer. Das waren sie aber immer schon. Ja, die waren aber so weiß-grau. Aber da sind sie halt wirklich so dunkel. Egal. Ja, egal. Wir, wir, wir kommen hier vom Hundertsten ins Tausendste. Ich, ich wollte gerade sagen, ähm, das Syndrom macht sich bei Picard bemerkbar. Er kriegt tierische Kopfschmerzen, kriegt von Jurati ein Mittel gespritzt, was ihm dann, äh, doch auf jeden Fall wieder hilft. Ähm. Ja, kurzweilig ihn stabilisiert, aber ist alles andere nur beschrieben. Und dann hat Picard ja echt noch mal einen schönen Moment. Mhm. Die Rede, die er hält, um Soji doch noch mal davon ... Und wir sehen ja da ganz kurz diese Tentakel-Arme schon. Boah, ekelig, oder? Also da hab ich gedacht, uh, was ist das? Voll cool, geil, Reaper. Ich dachte an Mass Effect, Hab ich auch gedacht. Wuhu! Hab ich auch gedacht. Das, genau das fehlte noch. Genau mit diesem, mit diesem roten Portal, wo die rauskommen, dann diese schwarze, ähm, matte, matte Tentakel-Arme, die da rauskommen, hab ich gedacht, von wegen so, jao, das könnte demnächst der Feind, äh, der gesamten Föderation wieder sein. Ja, Problem ist, dass Soji den Biegen kaputt macht, damit das Portal schließt und das Problem erledigt ist. Ja, leider. Leider. Was heißt, was heißt leider? Damit sieht man auch, dass dann, ähm, ja, Sternflotte da steht, hat recht. Die Romulaner geben quasi auf, indem sie ihre Waffensysteme deaktivieren. Es ist auch da so gut, wo dann, äh, oh, ihr meint, ja, äh, wir, äh, werden das hier verlassen und Ryker meint auch nur so, ach, erlaubt uns, euch aus Föderations, ähm, äh, äh, Raum zu begleiten, zu eskultieren. Ach, das wird nicht nötig sein. Das ist absolut gar kein, gar kein Problem für uns. Ja, das fand ich auch schön. Ah, das ist echt so. Ryker hat einfach supergute Dialoge. Ähm, einfach toll. Einfach wirklich, wirklich super. Ähm, ja. Ryker war, war, war mein Highlight in der Folge. Ja. Muss ich jetzt schon mal ganz ehrlich sagen. also das mit der gesamten Sternenflotte, ähm, das war, das war wirklich mein emotionalstes Highlight, wo ich wirklich sage, von wegen so, Leute, da habt ihr bei mir echt den Nerv getroffen. Ich kann's nicht anders sagen. Mit der Ankunft der Sternenflotte, mit den ganzen Dialogen bis hierhin, bis sie die Sternen, äh, bis sie die Romulaner begleiten, ähm, wieder in föderations, äh, freiem Raum abgefahren. Wirklich, wirklich abgefahren. Ja, und dann zieht ja Picard, macht ja einen auf, äh, ähm, Maximus aus Gladiator, äh, und hat seine Todesvisione, wie er über Felder läuft. Ja. Ich musste da wirklich sofort an Gladiator denken. Ähm, fehlt noch, dass die Hand quasi im, im Kornfeld hängt. Ja, genau, ja. Nur hier, dass er dann über seine Weinreben streichelt. Ähm, das, das, äh, das fehlte wirklich noch, ja. Ja, aber, und jetzt kommt der Moment, ja, wo ich schon echt Befürchtungen hatte. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, beziehungsweise, ich wusste ja, dass zweite Staffel kommt. Ja. Ähm, ich hatte den Golem im Hinterkopf und dann versagt seine, seine ganzen Funktionen und, äh, Jurati meint ja auch, nein, egal welchen Medbay, es wird nichts mehr helfen, ist alles vorbei. Mhm. Ähm. Bis dahin hab ich gedacht, Max, dass die jetzt wieder die Ocarina nimmt, ähm, bisschen drauf rumflötet und sagt von wegen so, mach das high. Boah, hey, da wär ich ausgeflippt. So. Da wär ich so richtig ausgeflippt. Genau, da wär ich nämlich voll bei dir gewesen. Da wär ich nämlich auch ausgeflippt, weißt du? Dieses, dieses Ocarina-Teil fängt einfach an, dann bei PK irgendwo an den, am, am, am Hirn rumzufummeln, so nach dem Motto, weil Teile sind ja immer noch Borg bei PK. Ja. Hätte vielleicht ja mechanisch funktioniert, aber eben, warum unbedingt mit dieser blöden, äh, Ocarina? Wieso hätte man dann nicht vielleicht dann irgendwie, ähm, auch wieder Borg-Naniten oder irgendwie sowas nehmen können? Die da noch rumgelegen hätten oder so? Ja. Ähm. Das hätte mich auch angekotzt, ja? Hätten sie das gemacht, dann, ähm, dann wär ich auch echt angefressen gewesen. Aber sie sind runtergebeamt worden zur, ähm, äh, nach Coppelius in dieses, in dieses Dorf. Und jetzt machen sich natürlich alle Sorgen über PK, ne? Und, ähm. Aber das war eine tolle Szene. War echt eine schöne Szene. Schöner Abschied. Und dann hauen sie es, dann machen sie, wie gesagt, ich hatte den Golem im Hinterkopf, ich wusste, dass Staffel 2 kommt. Hätten sie es einfach so beendet. Ohne PK weiterzumachen quasi, also mit Staffel 2, dann ohne PK. Ja. Äh, ja, also man muss jetzt ja wirklich sagen, äh, wir reden hier gerade über den Tod. Ja, wir reden aber jetzt ja gerade über den Tod von Jean-Luc Picard. Ähm, ja. Er stirbt. Und dieser Tod hat mich emotional überhaupt nicht mitgenommen. Okay. Überhaupt nicht. Okay. Weil ich finde, der Tod ist jetzt hier, ich weiß nicht, das passt hier irgendwie noch nicht rein. Den Tod hätte ich mir vielleicht in Staffel 2 gewünscht oder irgendwie sowas. Ja, weil wir, weil das Problem ist, weil wir wissen, weil wir davor schon wussten, dass Staffel 2 kommt, war klar, dass PK nicht tot bleiben wird. Ja. Dadurch ist der Tod nicht emotional. Dadurch ist der Tod uninteressant, weil wir wissen, dass es kein Dauerzustand sein wird. Ah, okay. Wir wissen, dass es eine kurze Inconvenience ist, ähm, bis Staffel 2. So hab ich das noch gar nicht gesehen. Deshalb war mir schon, ich fand's zwar gut gemacht und auch die Dialoge und so waren super, aber ich wusste halt einfach schon, yo, ähm, ja, er ist eh nicht, also dann ist mir das wieder mit, dann ist so, ah, Golem. Ja, weil der war ja da. Soong hat ja dann es auch geschafft, dieses, dieses, äh, Gehirn, also dieses Bewusstsein-Interface da draufzuladen. Und verstehst du, und da, das ist meiner Meinung nach der Moment, wo sie's echt verkackt haben. Ja, PK einfach diesen, diesen, diesen Andro, Schieß-mich-tot-Körper dazu geben, diesen Golem-Körper. Genau. Da hab ich auch gedacht, von wegen, das ist für mich echt so, ach, warum? So, ganz ehrlich, lasst ihn doch sterben. Ja, lasst ihn sterben, machen sie ja, indem sie sagen, von wegen so, wir haben hier irgendeine, was ich, äh, Celluloid-Acyton-Mischung bei dir eingebaut, äh, wenn das dann durchgesuppt ist, das ist aber auch schon wieder so, weil sie, jetzt mal echt böse gesagt, weil Patrick Stewart ist auch nicht mehr der Älteste. Ja, ähm, ne, man darf ja nichts Böses sagen. Nein, absolut nicht. Auf Holz kloppen. Aber das ist so ein bisschen der Failsafe drin, ja, so, und, äh, vor allem halt auch mit dem Dialog, was er ja dann mit Data hat, der Dialog mit Data, mega. Ähm, das war, das war ganz, über Sterblichkeit und Unsterblichkeit und, ähm, weil das ist ja das, was Data immer wollte. Data wollte ja immer menschlicher sein. Und dazu gehört ja auch, dass man einfach sagt von wegen so, okay, zum Leben gehört das Sterben auch mit dazu. Ja. Und, ähm, Data übrigens, sehr, sehr geiler, äh, äh, kleiner, äh, mal drauf geguckt, hat seine Uniform aus Star Trek Nemesis an, in der er gestorben ist. Das ist sogar mir aufgefallen. Cool, ne? Das war, da hab ich gedacht von wegen so, geil. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ne? Also, dieser Dialog mit Data über das Leben und übers Sterben, äh, fand ich super. Und, äh, PK muss ja auch, ähm, Data dann das Versprechen geben. Datas Erinnerungen löschen. Genau, dass er ihn komplett abschaltet, dass das Gesamte quasi keinen Strom mehr kriegt und Data damit wirklich tot ist. auch sehr, sehr cool gemacht, die Szenen, wo ja Data dann auch mal so, ja, mach das, wenn du da bist, aber mach einfach. Weil er jetzt ja dann weiß, mit dem Versprechen an PK, wenn PK geht, ähm, dass, ähm, er, sein, sein Leben endlich ist. Mhm. Mhm. Und, ähm, das meint er ja, das ist, das gehört dazu, weil, dadurch schätzen wir ja überhaupt erst Liebe, Freunde und Sonstiges, weil wir wissen, dass diese Momente nicht endlos sind, sondern endlich sind. Fand ich cool. War, hat er auch recht. So, die Szene, jetzt, jetzt stell dir mal vor, der Golem wäre nicht da. Ja. PK hat Schmerzen und wir sehen auch im Prinzip von wegen so, oder lass den Golem da sein, können wir auch sagen. So, ne, wir haben die Möglichkeit gefunden von wegen so jemanden da drauf, äh, umzuprogrammieren und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, dass PK jetzt weiterhin Schmerzen kriegt, auch mit seinem, ähm, ne, mit, mit, mit seinem Syndrom da und so weiter und so fort, auch alles cool. Ähm, und er ist währenddessen, während er plötzlich so bewusstlos wurde, warum, äh, aufgrund dieser Schmerzen und trifft dann Data und macht ihm dann vielleicht auch so dieses Versprechen, äh, ja, ich werde dich abschalten und so weiter und so fort, dass der Tod von Jean-Luc PK, aber erst dann vielleicht wirklich in Staffel 2 dann irgendwie reinkommt. Und selbst wenn Patrick Stewart sterben sollte, während der Dreharbeiten zu Staffel 2, was ich nicht hoffe, ähm, dass man dann wirklich dann vielleicht irgendwie einen Bogen dahin hinkriegt und sagt von wegen, okay, alles klar, vielleicht kann ich das, das, äh, da noch irgendwie umswitchen, dass das Gedächtnis, was er bis jetzt noch hatte, irgendwo dann halt, ähm, gespeichert bleibt. Ja, nee, wie gesagt, ich fand das einfach mit diesem Golem, ist schwierig, ne, also, also, ich glaube, ich find's scheiße, ich muss es, ich sprech's aus, ich find's scheiße. Ich find's einfach scheiße. Ja, aber das ist dieses Sicherheitsnetz, was sie sich jetzt eingebaut haben, ne, dass wenn, wenn Stewart wirklich in Staffel 2 stirbt, dass sie jetzt einfach sagen können, äh, von jetzt, Szene auf, auf jetzt können die sagen, von wegen so, ähm, dieses, dieses Teil, was sie da eingebaut haben, damit er ja irgendwann doch stirbt, ähm, dass das zu früh ausgelöst wird. Ja, jetzt ist er tot. Ja, es ist zu früh ausgelöst. Das hätten sie so viel besser machen können, indem sie ihn einfach mit seiner Gehirnkrankheit hätten leben lassen. Ja. Da hätten sie ihn auch einfach von einer Szene auf die nächste umfallen lassen können. Ja. Und zwar glaubhafter. Ja, stimmt. Das stimmt. Aber dann ist ja das Ding von wegen so, wie geht die Story dann ohne Picard weiter, ne? Ja, aber, es ist, es ist, es ist mega schwer. Das ist das, was ich dir ganz am Anfang, ich glaub, in der ersten, zweiten oder dritten Folge, die wir gemacht haben, hab ich sie gesagt, eigentlich find ich's schade, wenn sie, also von dem, wie es angefangen hat, hat sie ja alles schon so angefangen wie, das ist jetzt Picards letztes Abenteuer. So noch einmal das Universum, noch einmal die Galaxis retten. Mhm. So nach dem Motto. Hat es ja angefangen. Und da hab ich gesagt, es wär, es wär wirklich cool, wenn sie's genau so machen würden. Er macht's noch einmal sein Ding, und dann ist's vorbei. Na gut, er hat ja jetzt ja schon sein Ding gemacht, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? ja, ja, er hat ja jetzt, jetzt hat er ja eigentlich sein Ding gemacht, jetzt könnte's eigentlich vorbei sein. Wie gesagt, mit einem schönen Tod, Picard ist tot, die Crew noch mal zusammen, dann Rios wird vielleicht Captain Whatever, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht eigentlich. Mhm. Aber so haben wir jetzt weiter Picard als komischer Android-Golem-was-auch-immer-Ding. Ja, das ist, ähm, ja, ähm, vielleicht liegt's auch, ja, vielleicht liegt's auch bei mir, dass ich mich mit der Situation nicht anfreunden kann, weil ich mir jetzt überlege, ähm, das hat nur noch das Aussehen von, von Jean-Luc Picard, es hat zwar die Erinnerung von Jean-Luc Picard, es redet wie Jean-Luc, aber es ist für mich von dem Wissen, dass da Technik drunter steckt, im Prinzip nicht mehr der Jean-Luc Picard, den er eigentlich gewesen ist. Das ist es ja für mich auch, genau das Gleiche. Hm. Schwierig. Und. Schwierig. Das, äh, müssen wir jetzt abwarten auf Staffel 2. Da müssen wir gucken, von wegen so, wie reagiert er. Also, wenn die ihn jetzt so schreiben, Max, dass er doch so ein bisschen, so ein, ähm, äh, androidischen Charakter dann entwickelt, ne, so wie, äh, Data immer so mit dem Kopf zu einer Seite geneigt, ähm, dieses fast monotone Sprechen, ähm, dann wird's, glaub ich, relativ uncool. Ja. Weil das ist dann nicht mehr, das, was ich... Aber dann, mein Gott, das Ende von der ersten war ja eigentlich ganz witzig, ja, weil sie sind ja dann wieder auf dem Weg, also dann sehen wir ja dann die Lasirener äh, und sozusagen der ganze Wrap-Up, wie sie jetzt doch noch weiterfliegen, wo auch immer hin. Ja, ich find auch dieses, was vorher passiert ist, ne, dass die Leute trauern und so weiter und so fort, find ich auch alles, alles cool. Ja, sie wissen ja, dass er wiederkommt, also von, also... Ja, das, ja, nee, das, also für mich hat das dann noch nicht wirklich, ähm, den Anschein gemacht. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich, nee, möchte ich auch gar nicht mehr, wie gesagt, ich, hm, auf jeden Fall, ich fand's schade. Ja, ja. Ich fand's ne großartig verspielte, gute Lösung, wie sie das Ganze hätten zu Ende bringen können. Mhm. Nämlich einfach sagen, wir machen nur eine Staffel, ähm, dann nennt man's danach, keine Ahnung, war halt blöd natürlich, dass es Picard genannt haben, aber mein Gott, eine Staffel Picard, fertig, ne Miniserie, hätte mir völlig kommen gereicht. Wenn sie gut zu Ende gegangen wäre, hätt's mir vollkommen gereicht. Ja, jetzt muss man wirklich sagen, von wegen so, wie geht's jetzt in der, in der Staffel zwei weiter, ne? Ähm. Ja, wo fliegen sie jetzt hin? Wahrscheinlich kommt doch wieder irgendwie das Thema mit diesen, wie ist der Supreme Intelligence von außerhalb? Wahrscheinlich. Also, wenn sie die jetzt einfach totschweigen, dann frag ich mich schon so ein bisschen, ähm. Es wäre mega schade, wenn sie das Potenzial jetzt liegen lassen. Ja, vor allem, was heißt Potenzial? Das ist ein Wissen, dass es da draußen anscheinend irgendwo intelligentes AI-Leben gibt, das, äh, darauf aus ist, alles biologische Leben zu vernichten. Mhm. Da muss man sich doch drauf vorbereiten, auf das Ankommen davon. Also, pff. Ja, da musst du dich, äh, auf jeden Fall drauf, drauf vorbereiten. Ähm. Die Frage ist, wo kommen sie her? Wer sind sie? Was wollen sie eigentlich? Äh, wollen sie wirklich die Organischen alle töten? Ähm. Was passiert, wenn sie Picard treffen? Wird Picard als, äh, als, äh, als organischer betrachtet? Oder wird er als, als künstliche Lebensformen betrachtet? Ähm. Ja. Weil er, die, ne, was wäre ja vorher noch gewesen, die sitzen ja noch zusammen am Tisch und er, äh, er trinkt, äh, aus der Tasse und, 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 und freut sich, dass dann irgendwie das, äh, ja, Gefühl ist, wie, als ob das in den Magen runtergeht. Ähm. Ah, es hat so ein Gefühl von wegen so, ich hab hier plötzlich einen Roboter sitzen, dem ich erklären muss, von wegen, wie er laufen muss. Ja. Ja, schwierig. Ähm. Es ist einfach schwierig. Es ist verdammt schwer. Ähm. Und, ja. Was ich aber sehr, sehr schön fand, ist, ähm, wie sie den Tod dann wirklich von Data gemacht haben. Data hat hier wirklich ein, Ja. ein, 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 ein sehr, sehr schön. So den Abschied von Picard, weißt du, so den Abschied von Picard. Ja. Wär so viel besser gewesen. Ja. Und jetzt kommt noch mal ein Moment, wo ich mich aufgeregt hab. Ja. Wo ich dachte, what? Und zwar, gut, wir sind auf der La Sirena. Ja. Agnes und Rios, kein Problem. Die beiden süß. Die beiden sind ja schon knuppert zu sehen. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ja, ist ja völlig, vollkommen in Ordnung. Dann geht die Kamera weiter. Mhm. Und schwenkt runter in den Laderaum und wir sehen, ähm, Annika, also Seven of Nine und Raffi trinken. Ich dachte mir so, haha, South Companion. Und dann verschränken sie die. Die, ähm, da gab's ein Match, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? So wie man das so schön sagt. Ähm, jetzt nichts gegen, gegen diese lesbische Beziehung. Aber wann? Wann ist das passiert zwischen dem, verstehst du? Und das ist genau das Ding. What? Das ist genau das Ding. Again, bitte, dass mich jetzt hier keiner falsch versteht, ja? Nein. Ich habe kein Problem mit einer schwulen oder lesbischen Beziehung. Absolut nicht. Nein, definitiv. Womit ich ein Problem habe, ist dieses, oh, sie sitzen da unten und sie sind anscheinend ein Paar. Genau, dieses, 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 dieses schlecht geschriebene. What? Woher kommt das? Die haben sich, die haben sich. Das ist, ja. Kylo Ren und, äh, äh, Rey. Das ist Kylo Ren und Rey all over again. Das ist auch deine Nemesis, ne? Die wird dir auch immer auf ewig verfolgen. Ah! Aber schon wieder. Woher kommt das? Hätten die beiden ja irgendwie angefangen rumzubändeln, wenn die sich irgendwo getroffen hätten. Ich kann mich jetzt aber nicht wirklich erinnern, dass Seven of Nine und Annika, Raffi irgendwann mal, also, ach, Seven of Nine und Annika, genau, Seven of Nine, sprich Annika und Raffi sich irgendwo mal, ähm, wirklich mehrere Minuten lang unterhalten haben. Ja, null, gar nichts. Nicht mal, äh, selbst ihren Abschießmoment mit, ich habe mir geschworen, das niemals zu tun, hatte sie mit Rios. So, äh, ja. Die hatten keinen Moment in dieser Serie. Keinen einzigen Moment, wo sie irgendwie angefangen haben. Das fand ich sehr spannend. Obwohl wir ja nicht wissen, Maxe, ist, ähm, von wegen so, wie lange sind jetzt quasi die Zeit vergangen zwischen, ähm, Aufenthalt und Abflug. Ja, wissen wir nicht. Du bist trotzdem lazy und bad writing. Du kannst nicht einfach, unten im Kameraüberflug, die beiden sitzen ja so ein Pärchen. Das hätte man super lösen können, in der, in der, äh, in dieser Szene jetzt noch, als die beiden dort irgendwie, äh, zusammen dieses Spiel gespielt haben, das ist ja ein, ein vulkanisches Geschicklichkeitsspiel, ähm, und die beiden hätten sich irgendwie, süße Blicke zugeworfen. Hätte ich gesagt, okay, alles klar, da könnte sich was entwickeln. Aber nicht sofort dieses Hände versch, äh, äh, Finger verschränken ineinander und, äh, what? Ja, das war ein bisschen, und das war ein bisschen, das war ein bisschen merkwürdig. Da geb ich dir vollkommen recht. When did it happen? Man weiß es nicht, wann es passiert ist. Es ist aber passiert. Vor allem, es gab halt so null Andeutungen, von irgendwie, dass einer von den, oder Annika jemals in, Anspielungen drauf gemacht worden, dass sie lesbisch ist? Äh, das kann ich dir gerade gar nicht beantworten. Ich glaube, ähm, Aber bei Raffi ja auch nicht, weißt du? Ja. Davor, eine Staffel davor kommt dieser Ich-Liebe-Dich-Jean-Luc-Moment. Ja. Wo wir immer noch nicht wirklich sicher sind, was das sollte. Und jetzt kommt, what? Was jetzt aber erklären würde, in welchem, äh, Verhältnis die beiden zueinander stehen. Also, ähm. Aber, versteh, nochmal, mit dem, dieses I love you im Englischen, wie der Christian gesagt hat. Ja, das kann man auch zu sagen, ich mag dich wirklich sehr, sehr gerne. So, ne? So platonisch. Aber so wie sie's gesagt hat, I love you, John Luke, you don't have to say it back. Wenn du sowas sagst, dann ist es nicht mehr platonisch gemeint. Normalerweise nicht, ne? Also, ich mein, du kennst dich ja im Englischen sehr, sehr gut aus, aber das ist genau das, was ich auch so gedacht habe, ja. So, wenn du jemandem sagst, you don't have to say it back, dann ist es mehr als einfach nur, ich mag dich. Ja. Oder sie bodeuten mir viel, sondern dann ist es, ne? Dann ist das schon mehr als, ich find dich einfach nur gut. Ja, genau. Und deshalb, diese Szene, da saß ich echt davor, ich so, boah, nee. What? Ja, das war ein bisschen. When? How? Das fand ich auch ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Aber wir sehen Picard, über dem ersten Deck laufen, Richtung Kommandozentrale. Elnor kommt aus irgendeiner Ecke auch noch hinterher geschlichen. Dem müsste man. Na, ganz ehrlich, bei Elnor, ich dachte, dass sich was zwischen Annika und Elnor, Annika und Elnor anbahnt. Ja, weil die beiden da so, genau, weil die beiden da so gesessen haben, Und so ein bisschen, ja, ich würd dich vermissen. Genau, lauter sowas. Wenn überhaupt, dann hatten die beiden einen halben Moment. Das war ja nicht mal ein Drittel-Moment. Das war ja nix, war ja auch noch nix. Aber ich dachte so, hm, da könnte sie vielleicht was. Und dann der so, okay. Ja. Obviously, complete different character. Ja, ist ja nicht schlimm. Picard und Sochi unterhalten sich. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber Sochi und Picard unterhalten sich, dass Sochi mitgekommen ist und nicht auf ihrem Heimatplaneten bleibt. Ja, weil sie doch die ganze Zeit auf der Suche nach Heimat war und jetzt hat sie sie endlich gefunden. Ja. Aber doch eher zum Reisen gebaut, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Ja, genau, ja. Und Picard meint ja, er auch. Was ich aber cool finde, ist, dass sie alle relativ ähnliche Uniformen anhaben. Ja, das kommt so ungefähr. Also relativ. Die haben auch alle neue Badges. Achte mal auf die Badges. Die haben alle irgendwie einen Badge, der so ähnlich aussieht wie Sojis Heilskette. Mhm. Genau. Das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Das ist mir auch aufgefallen eben. Und wie sie dann alle ... Ja, genau. Die haben jetzt alle diesen ... Ja. Ja, im Prinzip Transponder. Sie sind eine Crew. Ich mein, jeder hat was Dunkles an, bis auf Soji. Ja gut, die hat was Händes an. Das stimmt. Aber was ich schön finde ... Ja, so, die hat was Händes an. Käpt'n, wollen sie sagen, so nach dem Motto. Und alle gucken ihn an und er sagt einfach nur ... Warte, warte. Bevor du da hingehst, ist dir schon mal die Farbgebung von Picards Jacke aufgefallen? Äh ... Ja, das ist so ein ... Was ist das? Dunkelgrau? Grün? Was ist das? Ja, unten dunkel, oben hell und auf Brusthöhe abgeschnitten, die beiden Farben. Das stimmt übrigens. Es ist ... Es ist so eine Art ... Die Farbe ist nicht leicht, aber es ist der Stil von der Uniform. Der Stil der alten Uniform, ja. Oben, unten. Da hast du recht. Da hast du recht. Da hab ich noch gar nicht drauf gehalten. Ich hab die Badges gesehen, aber das ist mir nicht aufgefallen. Da hast du recht. Ja, das ist mir aufgefallen. Und ich sag so, ja, er hat ... Also, sie haben ihm noch nicht so richtig seine Uniform wiedergegeben. Aber doch so in diesem Stil. Ja, das stimmt. Genau, den Stil von diesen zwei ... Von dieser zwei Farbtrennung haben sie ihm wiedergegeben. Ja, megageil. Und dann, endlich darf es PK wieder sagen. Ja, Energie. Sprich also auf Englisch engage. Engage. Superschön. Super. Die Kamera zoomt auf PK ran. Und wir sehen von außen die Lasirener, wie sie dann plötzlich dann halt auf Warp geht. Es ist einfach unglaublich gut. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese gesamte Folge. Aber gucken wir mal. Max, Fazit. Sarit. Fantastisch angefangen. Bis Episode 7. Gigantisch. Und dann steil nach unten. Okay, also wie so ein Achterbahn. Ich bin am Ende jetzt echt enttäuscht. Ja. Ich bin, muss ich leider sagen, overall enttäuscht. Okay. Aber ich würde es wieder tun. Overall enttäuscht jetzt, dass die letzten beiden Folgen oder die letzten drei Folgen die so weit runtergezogen haben, dass du sagst, von wegen, na, nee. Ja. Okay. Ganz genau. Die letzten drei Folgen haben das Erlebnis für mich von, holy shit, es muss endlich wieder Freitag werden, zu, ja. Gut, kann man. Freitag PK gucken halt. Ja. Also, die ersten sieben Folgen, ich bin ja durchgedreht, wenn es Freitag war, fuck, ja, Freitag. Und jetzt die letzten drei Folgen, beziehungsweise die letzten zwei Folgen, muss man dazu sagen, ähm, war dann eher so, ja gut, Freitag, ich gucke mir halt PK an, ne. Ja. Aber nicht mehr so wie, fuck, ja, wow, ja, 14.30 Uhr, raus aus der Arbeit, rein ins Auto, nach Hause, bam, Auto ab, raus aus dem Sofa, PK. So war es die ersten acht Folgen. Ja. Was wünschst du dir denn für die ... Sogar ersten neun muss man ja dazu, man muss ja dazu sagen, ja, ja, die ersten acht Folgen, weil die achte Folge, da ging's ja los mit dem Updown, aber da wusste ich's ja davor noch nicht. Ja. Ähm, aber jetzt die letzten zwei waren echt nicht mehr so, da war dieser super-mega-Hardcore-Drive vom Anfang einfach nicht mehr da. Was wünschst du dir denn in der zweiten Staffel? Eigentlich würd ich mir wünschen, dass es keine zweite Staffel gibt, sondern dass Jean-Luc PK in der ersten Staffel einen schönen Tod gehabt hätte. Und dann, ähm, Serie Ende, wir fangen mit was anderem Star-Trek-mäßigen an und, äh, alles gut. Oder auch nicht. Oder auch nichts Neues anfangen. Schöne abgeschlossene Geschichte für PK. Sein letztes Abenteuer, letztes Mal die Galaxis gerettet. Ja, ich mein, was völlig Neues, ne. Also, ähm, oder, oder, ja, haben sie ja mit Discovery versucht, das hat ja auch nicht so hingehauen. Ah, da warten wir mal die neue Staffel ab. Äh, die sind jetzt ja 300 Jahre, 400 Jahre in die Zukunft, äh, geschleudert worden. Ähm, warten wir's ab. Warten wir's ab. Wenn die Staffel scheiße wird, dann gibt's keine, dann gibt's keine neue Staffel. Ja. Das, äh, das wird, das wird so sicher sein, wie's Abend in der Kirche. Für mich hat die Staffel, ähm, Achterbahn der Gefühle, äh, provoziert. Ich kann's nicht anders sagen. Es ist, ähm, ich habe, ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich's letzte Mal wirklich bei einer Serie geheult habe. Das hat, äh, PK geschafft. Durch, äh, kleine Dinge, wie irgendwelche Gesten, wie irgendwelche Charaktere, die plötzlich aufgetaucht sind. Ja, es war viel Fanservice dabei. Der, ähm, der, ähm, derjenige, äh, welcher hier plötzlich mal aufgetaucht ist, irgendwelche Zitate, irgendwelche Anekdoten, ähm, äh, Bewegung oder irgendwie sowas. Ja, das war viel, viel Fanservice, aber dieser Fanservice hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Bildsprache war unglaublich, ähm, es war ein, ein, ein Fest, wirklich zu gucken, wie die Kamerafahrten abgingen, wie die, wie die Schnitte gesetzt wurden und so weiter. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Charaktere an sich fand ich ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ähm, größtenteils. Größtenteils, äh, lassen wir mal. Lass ich's sagen. Also, sorry, dass ihr jetzt dazwischen gerät. Nee, alles gut. Aber, ja. Größtenteils fand ich's auch, also, ich stimme dir auch voll, also, wirklich voll zu, ne? Und auch das Storywriting von den ersten Episoden. Hammer. Wie wir, was wir uns alles überlegt haben, was da noch kommt, ne? Ja. Ich find's eh spannend, dass wir relativ, also, viele Sachen richtig hatten, aber da, ganz kurz nochmal Storywriting. Und was ist jetzt mit dem Borg-Kubus? Der bleibt da einfach liegen. Äh, äh, äh. Den haben sie jetzt da geparkt. Künstliches Leben zu künstlichem Leben, hätte ich jetzt fast gesagt. Wobei es bei dem Borg ja immer die Frage von wegen so, was ist es jetzt, ne? Ist es jetzt künstliches Leben oder ist es jetzt einfach nur Leben, äh, was, äh, künstlich erweitert wurde? Das ist die, die nächste Frage, die müsste man sich stellen. Ähm, ich fand, das hatten wir ja schon damals mal gesagt, nach den ersten zwei, drei Folgenbesprechungen, dass das jetzt der Prolog ist und der dann jetzt quasi ja wirklich abgeht. Das hat sich leider nicht so bestätigt, wie ich mir das, ähm, erhofft habe. Die Story an sich finde ich total gut. Hätte man vielleicht auch durchaus eher schon auf den Punkt kommen, können, dass man sagt, okay, ich habe zum Staffel Halbzeit, äh, schon ein riesen Highlight, ähm, und lass dann jetzt quasi in der letzten Staffel das alles wieder ein bisschen sachte, ähm, ausklingen. Ähm, das hätte mir, glaube ich, sehr, sehr viel mehr gegeben, als, als das jetzt. Ich muss dir aber auch zustimmen, die letzten drei Folgen haben es für mich nicht wirklich rausgerissen. Ähm, es war für mich zwar immer noch teilweise sehr emotional, so wie in der Folge, ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen, von wegen, ähm, es war viel schwaches Schreiben damit bei, was man nicht wirklich erklären kann. Und das fand ich wirklich, wirklich traurig. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, habe ich mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt und ich muss der Staffel, ähm, jetzt eine, eine Schulnote geben, hätte ich jetzt fast gesagt, und da tendiere ich zwischen einer 3 plus und einer 2 minus. Es kommt so auf, auf die, auf die Folge drauf an. Max, meine Schulnote hast du jetzt mitgekriegt, wie sieht's bei dir aus? Puh, gute Frage. Also ich würde, ähm, wahrscheinlich, wie war das nochmal, ne, vier ist, äh, ne, was war vier? Ausreichend. Befriedigend. Ausreichend, ne? Drei ist befriedigend. Äh, doch, ja. Drei ist befriedigend. Ne, ja. Doch, doch. Ausreichend. Dann wäre es bei mir wohl, äh, eine 4 plus 3 minus. Über die gesamte Staffel hinweg? Über die gesamte Staffel hinweg, und das ist nur den letzten drei Episoden geschuldet. Ah, das hat so einen, das hat so einen, das hat so einen bitteren Nachgeschmack, ne? Ja. Also wenn ich, ähm. Das hat bei mir echt reingebrettert. Ähm, bist du vielleicht nicht unbedingt alleine. Ich hab heute, ähm, Nacht nochmal so ein bisschen so das Internet durchforstet. Die sind sich alle auch sehr, sehr gespalten, aber das ist typischerweise immer in der Star Trek Community gewesen, ne? Also es sind viele Fans da draußen, die meinen von wegen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Wenn man mal sagt, ja, was ist denn genauso scheiße? Wie könnte man es denn besser machen? Dann sagen sie alle, ja, äh, weiß ich nicht. Ich bin ja, äh, wieso muss ich denn immer gleich hier was, äh, äh, was sagen? Und, äh, übrigens, äh, wenn, wenn man, äh, die Suppe versalzen hat, dann braucht man nicht unbedingt Koch zu sein. Äh, Leute. Echt. Ja, erinnert mich stark, stark an Star Wars, aber meine, ich hab ja, ich hab's ja schon gesagt, also meiner Meinung nach, hätten sie einfach nur eine Staffel machen sollen und PK einfach, äh, draufgehen lassen sollen. Eine Staffel, die dann hätte länger gedauert, beziehungsweise die Folgen hätten länger gedauert? Nicht mal, nicht mal. Ich mein, Band of Brothers zum Beispiel waren ja auch nur zehn Folgen. Ähm, jede eine Stunde und es war auch abgeschlossen. Das war, ja gut, das war, äh, ne, kriegstechnisch. War das abgeschlossen. Ja, aber halt eine schöne Miniserie, ne? Ja. Und, und, und gut ist. Also. Okay, wie siehst du's denn mit dem Ausblick? Was, äh, was wünschst du dir für die Zukunft beziehungsweise was soll nicht wieder passieren in den nächsten Staffeln? Die sollen nicht wieder den gleichen Fehler machen, dass sie langsam anfangen, bombastisch auflegen und dann einfach komplett den Karren an die Wand fahren. Mhm. Ähm, haltet das Tempo bei, wenn ihr das Tempo anzieht. Ja, ihr könnt mal eine ruhigere Episode zum Luftholen reinbringen, aber dann nicht nur noch schleppend. Also die letzten, wie gesagt, die letzten drei Episoden fand ich nur noch fahrt. Einfach. Also nicht nur nur noch fahrt, aber im Vergleich zu dem, was das Tempo aufgebaut wurde in den drei, in den Folgen davor. Ja. Also ich hoffe, dass sie einfach ein bisschen besseres Storywriting wieder mit reinkriegen. Wir haben ja uns über unsere Ocarina of Time ja zu Genüge ausgelassen. Ja, das stimmt. Dieses komische, ja, die ultimative Deus Ex Machina. Das muss halt nicht sein. Ich fand's immer schön, dass alles wissenschaftlich da ist. Aber dieses halt, oh, wir haben halt jetzt hier was und das kann das halt. Cool. Fand ich halt einfach kacke. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich und offen dazu sagen. Und das fand ich halt sehr, sehr schade. Ja, hätte man besser machen können. Ich wünsche mir eigentlich für die nächsten Folgen beziehungsweise für die nächste Staffel wünsche ich mir eigentlich, dass sie das beibehalten mit den Charakteren. Ich fand die Charaktere, fand ich eigentlich, hatten ihre besonderen fünf Minuten eigentlich immer irgendwie, ich fand die Charaktere gut ausgearbeitet, muss ich sagen. Ja, ich fand sie auch schön. Die, die uns angepisst haben, die sind jetzt weg. Darüber brauchen wir uns keine Gedanken machen, Max. Das ist allerdings, was ist nochmal mit Narek passiert? Ja, das ist die nächste große Frage. Wo ist Narek, ne? Ist der jetzt nach Hause? Ach, scheiß auf Narek. Hauptsache, er kommt nie wieder vor, der Pisser. Ja, I hope so. I hope so. Also vielleicht ist er ja wirklich nicht mit dabei. Das ist ja genau das, was man, ähm, naja. Lass ihn einfach. Lass ihn ruhen, genauso wie Narissa. Also stell dir mal vor, Narissa würde jetzt wiederkommen und dann als Teilborg da irgendwie rumlaufen. Oh, nee. Oh, Alter, wäre das nicht krank? Jetzt überleg mal. Ähm, du hast auf der einen Seite hast du diejenigen, die eigentlich sagen, künstliches Leben gehört verbannt und dann ist, dann ist die zum Teil, zum Teil. Also, Hälfte, Hälfte. Wäre aber auch witzig. Irgendwie wäre es witzig, aber nein, bitte nicht. Tut es nicht. Weißt du, und dann mit so einem Struggle dabei, so von wegen, so eigentlich will sie gar nicht und, äh, ach, ich weiß, ach, das wäre, naja, das hätte auch was. Ja, aber, ganz ehrlich, ähm, bevor wir jetzt halt hier noch weiter philosophieren über das nächste Mal. Pivi, du hast meine Adresse, oder? Äh, ich hab deine Adresse, ja. Ja, ja, sehr gut. Dann schick mir mal die Prinzenrolle rüber. Ja, du hast gewonnen. Ja, ja, du hast, äh, du hast auf jeden Fall gewonnen. Meine Theorie, falls es jemand da draußen noch nicht gehört hat, ich hab ja gesagt von wegen, dass, äh, Rios und Soji dann noch irgendwas hatten, ne? Ja. Das war ja so meine, äh, meine Erklärung, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, ja, bis ich es mir dann auch noch mal angeguckt habe und hab gesagt von wegen, okay, das kann nicht sein, weil ansonsten wäre Soji im Prinzip nicht mehr da, wäre sie nämlich wahrscheinlich irgendwo, ähm, in den Weiten des Weltraums zerstreut und tot. Mhm. Ja, ich schick dir Prinzenrolle. Und ich schick dir Video, wie ich deine Toffeefe esse. Hahaha, doch. Ja, gut. Ja, ich hab, ja, ich hab's verdient, ich hab's verdient. Aber hallo. Ja. Okay, ähm, Max, ich, äh, fand unsere gesamten, äh, Folgen über PK fand ich, fand ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, das ist ja so, dass, das, äh, das erste Mal, dass wir so eine Serie besprochen haben, die nächste Serie ist quasi mit am Start, wenn ich's mal so sagen möchte, ne? Ja, obwohl wir da ja auch gesagt haben, dass da ja eigentlich ein Episode-by-Episode-Format keinen Sinn macht. Eigentlich nicht, nein. Nein, weil dazu sind sie irgendwie zu dünn. Dazu sind sie zu dünn. Muss ich jetzt auch mal schon mal vorab sagen. Ja, das, äh, das hab ich mir auch so gedacht. Das ist da irgendwie, ja. Hab ich, hab ich mir auch so gedacht. Ähm, aber, ja, aber wir drehen den Spieß um. Ähm, jetzt trifft nämlich ein Star Trek, ein Trekkie, ein Star-Wars-Fanboy, und zwar der Star-Wars-Fanboy hat dieses Mal die Hosen an, ja. Ach, stimmt. Ähm, wir werden uns, sobald Mandalorian hier in Deutschland komplett durch ist, werden wir uns mal über den Mandalorian unterhalten. So sieht das aus. Oder vielleicht so halfway, irgendwie vielleicht halb, auf der Mitte vielleicht, oder so. Mal gucken. Ja, das, äh, sollten wir auf jeden Fall tun, weil ich find, die Serie, find ich, äh, auch schon ziemlich, ziemlich cool, aber da reden wir auf jeden Fall drüber, wenn wir uns treffen. Genau. Ja. Bibi. Wollen wir den Warp-Antrieb anschmeißen, damit wir, ähm, äh, in deine, äh, Zeitrechnung kommen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, das wär, so ungern, ich muss das jetzt sagen, so ungern ich jetzt das hier verlasse. Ach. Eine Galaxie weit, weit entfernt ruft nach uns. Dann würde ich sagen, äh, hauen wir doch mal den Warp-Antrieb rein, ähm, ich sage vielen Dank euch allen da draußen, die uns Kommentare geschickt haben, die uns E-Mails zu dem Thema geschickt haben, ähm, bleibt auch uns weiter, äh, gewogen, wir hören uns auf jeden Fall Kommentare oder Anmerkungen zu dieser Folge einfach unten in die Kommentare mit hinein oder an podcast.diceonauts.com Energie. Auf geht's, Max, äh, halt dich fest, ja, nun geht los hier, wir bringen die ganze Endless-Zeit auf jeden Fall in eine komplett andere Galaxie. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Uh. Oh. Oh, 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 Oh. 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 Oh.